Teilnahmebestätigungen, ihr könnt, wenn es ja Teilnahmebestätigungen braucht, bitte euren Vornamen und Nachnamen plus E-Mail-Adresse in den Chat noch reinschreiben und ihr bekommt sie dann in einigen Tagen zugeschickt. Gut, es sind zwei Stunden heute, oder Günther? Ja, zwei Stunden, ja. Und deswegen, für all jene, ihr kennt es, also es wird auch eine Pause geben, sodass wir uns ein bisschen erholen können, dass ihr ein bisschen aufstehen könnt, oder, ich meine, ihr könnt sowieso aufstehen, wenn ihr wollt. Aber ja, es wird eine Pause geben. Gut, dann würde ich sagen, ich lasse den letzten, also den letzten, ich lasse jetzt noch denjenigen, der im Warteraum war, rein und übergebe an Günther Ebenschweiger und ich freue mich, dass du heute da bist und ich bin schon sehr gespannt. Ja, ich sage, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und ein bisschen meines Wissens weitergeben darf. Also ich habe mein Konzept so aufgebaut, dass es acht kleine Module sind und nach jedem Modul werde ich mir die Zeit nehmen, Fragen zu stellen, aber natürlich, wenn es eine wichtige Zwischenfrage gibt, dann werde ich natürlich auch sehr gern beantworten. Wer bin ich jetzt überhaupt? Nur ganz kurz zum Thema Mopping. Habe ich verschiedenste Ausbildungen gemacht seit acht Jahren und in der Praxis bin ich eben seit sieben Jahren mit Medienhelden unterwegs. Das ist eine Multiplikatoren-Ausbildung, dauert drei Tage, die ist aber momentan ruhend gestellt. Nicht nur wegen Corona, sondern weil ich einfach so wenig Zeit habe. Und dann gibt es die Sozialtrainings, mit denen bin ich in Schulen unterwegs, bei Jugendlichen, bei Lehrlingen, bei Flüchtlingen. Und da geht es jetzt nicht nur rein um Mopping, sondern auch um Rassismus, um hegemoniale Männlichkeit und andere Dinge mehr. Ich habe acht Module, wie gesagt, aufgebaut. Das erste ist Prävention, da möchte ich ein paar Dinge dazu sagen. Dann natürlich auch ganz kurz nur Beispiele und Zahlen, damit man ein bisschen ein Gefühl kriegt, wovon reden wir überhaupt, wie dicht ist das Thema Mopping. Dann ist mir sehr wichtig, wie fängt das überhaupt an, wie ist die Phasenorientierung. Der vierte Punkt ist, was sollte man als Multiplikator vermeiden. Der fünfte Punkt ist auch ein ganz wichtiger, wie können wir das Schweigen durchbrechen. Und zwar das Schweigen der Betroffenen, aber auch das Schweigen der Organisationen, beispielsweise bis hin zu Eltern. Dann habe ich noch Alarmsignale aufgeschrieben, Schutzfaktoren und Resilienz. Acht Kurzreaktionen. Und was ich jetzt nicht hingeschrieben habe, wenn uns Zeit genug bliebe, würde ich das Sozialtraining, das dauert zwei Tage, in Kurzform vorstellen, von der Praxisidee und über die Methoden. So ist der Ablauf geplant. Kommen wir zum Punkt eins, Prävention. Ich mache ja schon seit 35 Jahren Prävention. Viele werden das wahrscheinlich gar nicht wissen. Ich war Polizist 41 Jahre, bin aber schon im Ruhestand seit drei Jahren und beschäftige mich neben meinem Beruf als Polizist, muss ich mir dazu sagen, mit Prävention. Und ich habe vier Schwerpunkte in der Prävention, mir angeeignet sowohl in Theorie als auch in Praxis. Der längste Schwerpunkt ist sexualisierte Gewalt. Der zweite Schwerpunkt war dann Mobbing und Cybermobbing. Dann kam Patergewalt und häusliche Gewalt und eben phänomenübergreifende Extremismusprävention. Und da habe ich in Theorie und Praxis die Ausbildungen und da bin ich heute in Prävention in ganz Österreich unterwegs bei den verschiedensten Zielgruppen. Ich habe ja keine Ahnung, ob Sie das wisst. Ich gehe aber schon davon aus. Ich muss aber dazu sagen, wenn ich heute unterwegs bin und ich das Wort Prävention abfrage, dann wissen natürlich die Kinder und Jugendlichen gar nicht, was das ist. Bei den Erwachsenen, die wissen eher, dass es ein bisschen mit Vorbeugung zu tun hat, aber damit ist eigentlich das Wissen schon beendet. Und deswegen ist mir immer wichtig, allen zu erklären, es gibt drei Formen von Präventionsansätzen in der Zeitschiene und zwar das ist die universelle, selektive und indizierte Prävention. Das bedeutet, universell hat keine Zielgruppenspezifik. Als Beispiel möchte ich sagen, ich gehe zum Beispiel in Volksschulen und da gibt es Gewaltprävention mit Schwerpunkt auf Partnergewalt. Das ist also typisch universelle Prävention. Für Jugendarbeiterinnen kommt vermutlich oder ziemlich sicher selektive Prävention in Frage. Das wäre für Risikogruppen oder aber auch indizierte Prävention. Das bedeutet, es gibt Menschen mit manifesten Problemlagen. Also die sind schon süchtig, beispielsweise die waren schon gewalttätig oder wie auch immer. Warum ist das so wichtig? Wenn mich jemand fragt, ob ich einen Vortrag, das mache ich aber am wenigsten, sondern Workshops und Seminare gebe, dann ist meine erste Frage immer, was ist das Lernziel? Und da schauen dann immer alle und denken, was fragt mich jetzt? Aber das ist entscheidend. Das heißt, ich muss wissen, was ist der Ist-Zustand und welches Ziel in der Prävention soll ich erreichen? Und darauf aufbauend wird von mir das Programm zusammengestellt. Und deswegen ist da entscheidend, ob es eine universelle Prävention ist, eine selektive oder eine indizierte Prävention. Und wenn ich dann den Ist-Zustand kenne, wird von mir, wie gesagt, ein Konzept erarbeitet. Bei mir gibt es nichts von der Stange, sage ich auch immer dazu, weil einfach die Zielvorgaben so unterschiedlich sind. Und dann wird eben ein inhaltliches und zeitliches, kleines Konzept vorgelegt. Und dann entscheidet sich, ob das halt die Schulen, die Organisation oder wie immer, das ist letztlich übernehmen. Und deswegen ist das ganz entscheidend, zu wissen, auf welcher Ebene der Prävention bewege ich mich jetzt eigentlich. Und was zur Prävention für mich auch noch wichtig ist, Prävention bedeutet immer Veränderung. Es ist für mich persönlich nicht entscheidend, ob die mich mögen oder ob ich dort gut ankomme oder keine Ahnung, sondern das Ziel ist immer zu schauen, auch im Sinne von einer Selbstwirksamkeit, habe ich zumindest einen Veränderungsimpuls setzen können oder konnte ich vor Ort einen Veränderungsprozess in Gang setzen. Das sind für mich die entscheidendsten Kriterien. Und dafür gibt es bei uns, weil es bekannt ist bei den Jugendarbeitern, die Nulllinie, sodass ich mich nach jeder Arbeit einfach hinsetze und reflektiere. Und mich die Frage stelle, habe ich also diesen Veränderungsimpuls oder sogar einen Veränderungsprozess anstoßen können oder nicht. Wenn nicht, dann muss ich mir natürlich sehr selbstkritisch sein und mir die Frage stellen, was war der Grund, warum wir da nichts weitergebracht haben. Aber ich kann sagen, im Hinblick auf die guten Vorbereitungen und nicht nur meines Wissens, dass sie zu 98%, würde ich sagen 99%, bemerke diesen Veränderungsprozess oder Impuls und der wird mir dann auch natürlich immer wieder rückgemeldet von den Menschen, weil, ich glaube, das ist auch von mir Vorteil, immer wo ich hinkomme, kriegen die Leute alle meine Daten. Das heißt, die lassen einen jemanden im Stich, die Leute, egal wer das immer ist, ob das Trainer sind, ob das die Jugendlichen selbst sind, können sich bei mir rückmelden, ob das per WhatsApp ist, per Facebook, per Mail oder jetzt neu halt über Live-Scout und das machen die auch. Also die merken sich dann irgendwie meinen Namen oder auch die Nummer und ich bin ja mit verschiedensten Websites im Internet vertreten, mit all den Daten und die rufen mich dann an oder schreiben mir halt ihre Probleme oder ihre Themen und ich versuche es dann zu beantworten und jetzt seit drei Wochen neu gibt es Live-Scout, wo wir eben ein Experten-Team sind, das ich dann quasi online stelle und das wird dann anonym beantwortet. So viel zum Thema Prävention. Gibt es Fragen zum Thema Prävention? Hallo? Hört ihr mich? Ja, Günther, wir hören dich. Okay. Aber es gibt keine Fragen. Es gibt zur Zeit keine Fragen. Vielleicht warten wir noch ein paar Sekunden fürs Reindippen. Also vielleicht eines noch zur Prävention. Mir ist immer wichtig, dass wir auf mehreren Ebenen arbeiten und das bedeutet, dass für mich natürlich, wenn ich halt in Schulen bin oder bei Lehrlingen, dass mir immer wichtig ist, dass die Multiplikatoren dabei sind und die sind auch dabei, das sind die Pädagogen, das sind die Schulsozialarbeiter, sehr häufig oder andere Multiplikatoren, die es da vor Ort gibt, weil desto besser wir auf diesen Ebenen aufgestellt sind gemeinsam, desto besser ist natürlich auch der Veränderungsprozess. Keine Fragen aus dem Chat. Ich übergebe wieder an dich und auch an die Dachmann, die wieder da ist. Genau. Gut. Dann ganz kurz zu den Zahlen. Da habe ich ein paar Beispiele mitgebracht. Drei Beispiele. Ich habe einfach nur drei Fragen mitgebracht. Da gibt es aber hunderte Fragen. Die erfordert man aber nur, wenn man, wie gesagt, die Ist-Zustandserhebung macht und dann sehr feinfühlig vor Ort arbeitet und das ist im Teil, sage ich nur einmal vorweg, des Sozialtrainings. Da gibt es eine sehr professionelle Ist-Zustandserhebung und dann letztlich sozusagen, auch natürlich, wenn das Vertrauen da ist, die Abfrage, gibt es jemanden, der, ich sage nicht Opfer, deswegen wird bei meinem Vortrag, werden die Opfer und für sich immer unter Anführungszeichen gesetzt, sondern mein Zugang ist der, an welchen Menschen werden die meisten Menschenrechte verletzt in diesem Kontext und da kann ich dann sehr deutlich erkennen, wer ist diese verletzte Person und dann kommt es zu einer systemischen Intervention und bei dieser systemischen Intervention werden dann all die Dinge sozusagen auch ans Tageslicht gebracht und bearbeitet. Deswegen, wie gesagt, das ist drei Beispiele, aber wie gesagt, da gäbe es natürlich hunderte davon. Zu den Zahlen. Bei der letzten PISA-Studie, also die aus dem Jahr 2018, hat man natürlich auch abgefragt, ob Schüler Opfer sind von Mopping-Attacken und da haben insgesamt 23 Prozent aller 15-Jährigen das bejaht. Das ist aber sehr hoch gegriffen, weil das würde natürlich bedeuten, dass wir praktisch jeder Vierte wäre ein Mopping-Opfer. Wenn man sich die Studien anschaut und zwar wirklich weltweit die Studien anschaut, dann sieht man eine Übereinstimmung, dass massives Mopping, und ich werde auch noch dazukommen, und wann redet man überhaupt von Mopping, bei etwa 5 Prozent liegen dürfte. Wobei aus meiner praktischen Erfahrung ich sagen muss, es liegt in etwa zwischen 5 und 10 Prozent, weil ich habe in Gruppen und jetzt bin ich eine Klasse herne mit 20 Schülern, habe ich sehr häufig nämlich zwei verletzte Kinder oder Jugendliche in diesen Klassen sitzen. Das bedeutet aber auch, dass Mopping ein Riesenthema ist in unserer Gesellschaft. Das nur leider durch die Betroffenen selbst nicht an die Öffentlichkeit gebracht wird und auch nicht durch die Organisationen. Warum ist das jetzt so? Und das ist irgendwie verständlich, wenn ich es auch nicht akzeptiere, sage ich auch dazu, heute zugeben zu müssen, dass in meiner Organisation Mopping passiert, bedeutet gleichzeitig sehr wahrscheinlich mediale Aufmerksamkeit zu erregen und bedeutet aber gleichzeitig auch sehr viele Vorwürfe zu bekommen von den Eltern, von den Vorgesetzten, von der Politik bis hin zum Bürgermeister, wie auch immer. Da geht es also im Grunde genommen zumeist nicht um Lösungen, sondern einfach, dass es diese Vorwürfe gibt, dass man da vielleicht Fehler gemacht hat und vor dem schauen sich die meisten Organisationen. Deswegen, ich habe sehr viele, die sich mittlerweile an mich wenden. Warum? Weil die wissen, dass ich zumindest niemand bin, der das weitererzählt. Das heißt, wir lösen das im Kontext dieser Organisation und dort bleibt das Thema auch, aber vor dem haben sozusagen die meisten Menschen heute Angst, nämlich vorgeführt zu werden, ohne sich wehren zu können. Da möchte ich auf ein Mythos hinweisen, das habe ich in der Präsentation nicht angeführt. Nach wie vor hält sich der Mythos, dass die Schule schult oder verantwortlich ist für Mobbing und dieser Mythos ist falsch. Das heißt, in der Schule oder in diesen Organisationen findet nur deswegen Mobbing statt, weil dort ein Zwangskontext vorherrscht. Das heißt, Schüler werden einer Klasse zugeordnet oder auch in Gruppen, das gilt natürlich auch für Erwachsene, auch die werden einer Teilung oder einer Gruppe zugeordnet und das ist die Hauptvoraussetzung für Mobbing, der Zwangskontext. Das heißt, die Schule ist weder schult noch trägt sie Verantwortung, auch nicht die Organisationen, sondern es ist und bleibt natürlich einmal das Kind oder der Jugendliche oder der Erwachsene und dann könnte man jetzt auftröseln, wie ist es überhaupt dazu gekommen. Aber das ist mir ganz wichtig zu sagen, nicht die Schule ist verantwortlich dafür, sondern dort findet es statt, ganz geheim, dieses Instrument Mobbing, wie ich es nenne und dort sieht man die Auswirkungen dann, dazu komme ich dann später noch von Mobbing, aber die Gründe für dieses Mobbing liegen ganz woanders, also nicht in der Schule oder in der Organisation. Nur noch einmal zusammenfassend, also die Zahlen sind immens. In Europa sagt man mittlerweile, dass in jeder Klasse mindestens ein massives Mobbing-Opfer sitzt und in meiner Arbeit im Sozialtraining mache ich natürlich eines, ich stelle, wenn die Emotionalität passt, natürlich immer wieder die Frage, wer hat sowas schon erlebt, und ich kann sagen, zwischen einem Drittel und manches Mal bis zur Hälfte einer Gruppe zeigt dann auf und sagt mir, dass sie das schon beginnend im Kindergarten erlebt haben und die erzählen dann über ihre Erlebnisse. Das heißt, das ist ein Riesenthema, leider Gottes kommt es nicht in der Öffentlichkeit an. Günter, eine Frage, und zwar, wie hoch ist die Dunkelziffer in Österreich, gibt es eine Dunkelziffer? Ja, dazu komme ich gleich, jetzt mache ich weiter, zack. Also, wenn man sich das Dunkelfeld anschaut, dann ist das unglaublich, das Mobbing hat aktuell etwa eine Dunkelziffer von 98 Prozent. Aus diesen Gründen, die ich gerade gesagt habe, das heißt, die Kinder oder die Jugendlichen trauen es nicht zu sagen, dazu komme ich noch, warum das so ist, aber auch die Organisationen trauen sie darüber nicht zu sprechen, zum einen, weil sie es vielleicht gar nicht mitkriegen und zum anderen, weil sie schlichtweg Angst haben, dann als inkompetent oder als nicht aufmerksam genug darzustellen. Und ich habe deswegen die Zahl noch dazugeschrieben, zur sexualisierten Gewalt, da haben wir eine Dunkelfeld von 93 Prozent und bei der häuslichen oder Partnergewalt, oder wie immer, weil das nennen möchte, eine Dunkelfeld von 85 Prozent. Also, wir haben riesige Felder in all diesen Gewaltphänomenen und, wie gesagt, das sind meine Schwerpunkte im Grunde, genommen bis eben auf die Radikalisierung, auf die phänomenübergreifende und da bin ich halt in Österreich unterwegs, wobei in all diesen drei Feldern haben wir ganz viel Dunkelfeld, also ganz viel Dunkelziffer und wir brauchten eben, wie gesagt, ein bisschen einen anderen Zugang, dass wir uns nicht sofort um die Täter kümmern oder um die Mopperinnen, wie es in dem Fall ist, sondern mein Zugang ist immer der, ich kümmere mich in erster Linie und die, die es betrifft, die Leiter fahren, die gemobbt werden oder die geschlagen werden oder wie auch immer, die bekommen meine volle Aufmerksamkeit, damit man die stärkt und dann kommt erst im nächsten oder übernächsten Schritt sozusagen der Gedanke an diejenigen, die das durchführen. Wenn man aber die Öffentlichkeit hernimmt, ist das bei uns komplett umgekehrt. Die Betroffenen, die kommen eigentlich nie zu Wort, die werden eigentlich nur eben als schwach hingestellt, aber dargestellt werden bei uns mehr oder weniger immer die, die das tun, bis heute in der Medienlandschaft leider Gottes so und das ist mir in 35 Jahren auch nicht gelungen, irgendwie das nur ansatzweise zu verändern. So, das wäre die kurze Geschichte zu den Zahlen. Gibt es da eine Frage dazu? Ja, es gibt einige Fragen und zwar von der Elisabeth. Elisa, ist einfach vor, so, einen Moment dann. Okay. Wenn die gemobbt die Person nicht namentlich erwähnt wird, aber vielen klar ist, dass diese Person gemeint ist, kann man dann von Cybermobbing sprechen und rechtliche Schritte einleiten? Das ist eine Frage. Ja, das ist eben gerade die Schwierigkeit. Ich bin, obwohl ich 41 Jahre Polizist war, nicht der, der gleich mit der Polizei oder mit dem Gericht droht oder andenkt, weil das ist quasi der letzte Punkt in der Schiene. Danach gibt es eigentlich nichts mehr. Deswegen ist es eben so, dass wir eine Strategie brauchen und das habe ich auch sehr häufig, dass wir eine Strategie brauchen, wie können wir diesen Menschen schützen und trotzdem Mobbing bearbeiten. Also ich sage es nur an ganz kurzen Beispiel. Eine Mama kommt zu mir und sagt, ihre Tochter zwölf Jahre war schon dreimal im Krankenhaus, weil sie immer so viele Bauchschmerzen hat, Schlafstörungen und und und. Aber alles ohne Befund und jetzt glaubt sie, dass das mit der Schule zu tun hat. Ich fahre dann hin, also ich bin da sehr viel unterwegs, alles gratis, weil Geld gibt es dafür keinen. Und rede dann und tatsächlich, das Mädchen ist massives Mobbing-Opfer. Jetzt kann ich natürlich nicht in die Klasse gehen und sagen, ja, das Mädchen hat mir das gesagt, weil dann würde genau das passieren, wovor alle Angst haben, dass es nachher schlimmer wird, sondern wir nehmen einfach ein Vehikel und sagen, okay, ihr seid jetzt schon 12, 13 Jahre, also das 14. Lebensjahr steht in Kürze bevor und ich komme einfach hin und wir reden einfach einmal ganz kurz über diesen Schritt und dann steige ich aber voll in das Thema Mobbing ein und da fällt niemanden auf, dass wir wissen, was die Schüler wissen. Ist das so richtig beantwortet? Aber natürlich kann man, wenn es sich um schweres Mobbing handelt, eine Anzeige machen. Die Schwierigkeit ist allerdings, dass wir, und da muss man halt den Prozess kennen, dass wir dann jemanden brauchen, der uns das auch bestätigt. Das heißt, wenn man zur Polizei geht, schickt die jetzt den Verdacht an die Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft wird die Frage stellen, okay, woher haben wir diese Fakten, damit es zu einer Hauptverhandlung kommt. Und wenn wir jetzt aber niemanden haben, der uns das bestätigt, dann wird das Verfahren schneller wieder eingestellt, als wie wir uns das vorstellen. Und das würde aus meiner Sicht, wenn die betroffene Person oder das Mädchen das wüsste, quasi wie Sekundär Viktimisierung erleben. Ich habe da jetzt jemanden gehabt und jetzt passiert erst wieder nichts und dann wahrscheinlich wird das Mädchen noch weniger gehen mit unserer Ebene als vorher. Die Maria hat nämlich auch da so etwas geschrieben. Ich lese einmal vor. Das Problem in der Klasse ist ja, wenn das Kind den Eltern sagt, dass es gemobbt wird, entsteht eine Kette aus Reaktionen. Die Eltern gehen zum Lehrer. Das mobbende Kind wird zur Rede gestellt und so wie diese Kette vorbei ist, geht es weiter mit der Aufmerksamkeit, dass die Erzieher das nicht mitbekommen. Deshalb sagen manche Kinder sehr ungern, dass sie gemobbt werden, weil sie den Anschluss nicht komplett verlieren wollen. Gibt es eine Möglichkeit dagegen vorzugehen außerhalb dieser Reaktionskette? Ja, die erlebe ich ja fast täglich ist zu viel, aber die habe ich jede Woche. Wenn jetzt beispielsweise die Maria das wüsste, dann müsste man mit dem Mädchen reden, ob sie erlauben würde, dass die Eltern und sie jetzt gar nicht in die Schule gehen, sondern weil das Mobbing passiert ja meistens im Internet oder in der Freizeit, dass man sie irgendwo trifft und und dann den Eltern zuerst erklären, wie der Prozess ist und dass sie das nicht tun sollen. Das heißt, das ist einer meiner schwierigsten Aufgaben, den Eltern immer zu erklären, ihr dürft jetzt diese Kette nicht in Gang setzen, sondern wir brauchen eine Vorlaufzeit, um die Möglichkeiten auszuloten, die es gibt. Und da zählen natürlich auch die Pädagogen dazu, weil die Pädagoginnen haben im Grunde genommen immer den gleichen Weg. Es kommt was auf in der Klasse, dann wird das Opfer befragt, dann geht man in die Klasse hinein und sagt, das darf nicht sein, lasst das arme Mädchen doch in Ruhe und wenn das wieder passiert, dann muss ich Konsequenzen setzen. Und ab dem Zeitpunkt erleidet das Mädchen oder der Bub noch sehr viel schlimmere Qualen, als er es vorher erlitten hat. Aus dem Grund brauchen wir diesen Vorlauf, wenn so ein Kind oder Jugendlicher zu jemandem kommt, müssen wir zuerst mit den Eltern reden oder mit den Pädagogen oder was natürlich ich sehr gern mache, vorher auch oft wohin, ich setze mich mit der Pädagogin und mit den Eltern zusammen, erklären den Prozess und erklären aber auch welche Schritte, dass jetzt die Richtigeren werden. Das heißt, wir müssen die Emotion herausnehmen bei den Eltern, wir müssen die Ängste bei den Pädagogen herausnehmen, dass sie vielleicht den Vorwurf kriegen, wie kann das bei dir passieren, bist du eine schlechte Lehrerin und dann können wir erst die richtigen Schritte zum Schutz dieses Kindes oder Jugendlichen setzen. Gut, eins, zwei, noch keine Fragen, weitere? Wenn es antieht, bitte stellt sie im Chat, ansonsten. Okay, geht es weiter. Geht es weiter, Günther. Wie starten wir? Also, wie startet Mobbing überhaupt? Da ist mir ganz wichtig zu sagen, nicht jede Gewalt ist Mobbing, aber Mobbing ist immer Gewalt. Also, das Erste, was ich mache, dass ich sage, Mobbing hat nichts mit Pass zu tun, sondern ist pure Absicht, dazu komme ich dann gleich und ist durch nichts zu rechtfertigen. Das heißt, das höre ich natürlich auch immer wieder, ja, das passiert eigentlich ein bisschen irgendwie ein bisschen und das war es früher schon so und das gehört irgendwie zu unserem Leben. Nein, das gehört absolut nicht zu unserem Leben, da bin ich ganz streng und deswegen sage ich immer, Mobbing ist immer Gewalt, aber nicht jede Gewalt ist, wie gesagt, Mobbing. Mobbing ist aber auch, oder Cybermobbing, das geht ja ineinander, es gibt ja nicht getrennt. Mobbing und Cybermobbing ist im Grunde genommen immer eines. Gab es natürlich schon früher auch und ist ein sehr inflationärer Begriff. Heute sagen wir viele, ja, Herr Emschweig, ich wäre gemobbt und deswegen muss ich immer erklären, was versteht man überhaupt tatsächlich jetzt unter Mobbing. Den ersten Punkt habe ich schon angesprochen, Zwangskontext. Mobbing passiert dort, wo Zwangskontext vorherrscht, das heißt, eine Peergroup sich entwickelt hat. Das kann im Kindergarten sein, in der Schule, in der Jugendgruppe, genauso wie am Arbeitsplatz. Das ist einmal die Grundvoraussetzung, weil wenn ich die Möglichkeit habe, mich zu verändern, dann verändere ich mich auch. Das heißt, das ist einmal die Grundvoraussetzung, der Mythos, die Schule ist verantwortlich für Mobbing, aber es ist nicht die Schule, sondern es ist der Zwangskontext, den gibt es aber auch auf anderen Ebenen. Der zweite Punkt ist Machtungleichgewicht, ich werde es dann gleich erklären. Es gibt immer Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich aus verschiedensten Gründen einfach nicht zur Wehr setzen können, wenn einer oder eine, so beginnt sie im Regelfall, einen Angriff auf dieses Kind, auf diesen Jugendlichen und Erwachsenen startet. Das werde ich dann ein bisschen erklären. Dann ist Mobbing immer Absicht, passiert nicht nur so zufällig, sondern es ist ganz konkret und gewollt. Wenn wir von Mobbing reden, müssen wir immer auch von Wiederholung reden, also wenn wir jetzt sich zweimal streiten und irgendwann schnell auf Facebook oder Instagram oder auf WhatsApp posten, dann ist das noch nicht Mobbing im herkömmlichen Sinne und das Letzte und Schlimmste daran ist Mobbing führt immer zur Hilflosigkeit des oder der Betrofferen. Das sind die fünf Punkte, die man sich immer fragen oder stellen muss. Wenn man mit dem Thema Mobbing konfrontiert wird, liegt der Zwangskontext vor, ist er Machtungleichgewicht, muss man mit dem Menschen natürlich reden, Absicht ist es immer Wiederholung und wie gesagt, wie weit ist die Hilflosigkeit schon getehen. Und jetzt schaut es beim Mobbing folgendermaßen aus, es ist ein phasenorientiertes System und dort gehört natürlich auch die Gruppendynamik dazu und wir haben das in drei, also wir, damit meine die Experten, haben das in drei Phasen geteilt, in eine Testphase, in eine Konsolidierungsphase und in eine Manifestationsphase und die möchte ich jetzt erklären. Bei der Testphase schaut so aus, ihr seht da das rote Pünktchen, das ist jetzt ein Kinder, Jugendlicher oder Erwachsener und der möchte seine menschlichen Grundbedürfnisse verbessern. Nach Liebe, nach Macht, keine Ahnung, nach mehr Ansehen, es gibt ganz viele verschiedene Gründe und der geht jetzt nicht einfach her und nimmt den oder die erst Beste, sondern der testet alle in diesem Zwangskontext, in dieser Gruppe einmal durch. Das beginnt aber ganz simpel, das heißt, da wird einmal jemand beleidigt, da wird was runtergeworfen, da wird was kaputt gemacht, da wird jemand lächerlich gemacht, da wird jemand einmal kurz ausgeschlossen und daran erkennen die, wer hat sozusagen das größte Machtungleichgewicht zu dieser Gruppe, das heißt, sie zeigen ein irrsinniges geschickt bei sozial manipulativen Verhalten. Diese Testphase dauert unterschiedlich lang, das hängt ein bisschen von der Gruppe ab und es gibt ganz wenige Gruppen, wo es niemanden gibt, der kein Machtungleichgewicht aufweist. Also ich habe jetzt drei Jahre Sozialtrainings hinter mir, ich mache so 30 pro Jahr und ich habe erst eineinhalb Klassen, kann ich sagen, wo kein verletztes Kinder oder Jugendlicher drin gesessen ist. Sonst ist immer jemand drinnen gesessen, an dem diese Menschenrechte verletzt worden sind. Wir nennen das die Testphase. Was kennzeichnet die Testphase? die Gruppe hat einen einheitlichen Werterahmen, das heißt, niemand möchte das haben, dass jemanden hier Gewalt oder Mopping widerfährt. Wie bereits erwähnt, attackieren die Mopper oder Mopperinnen verschiedenste Kinder oder Jugendliche, die wollen Beliebtheit, Macht, vieles, was ihnen vielleicht von zu Hause nicht gegeben wird. Sie zeigen, wie gesagt, Geschick bei sozialmanipulativen Verhalten, das heißt, sie machen jemandem was kaputt und lauchen dabei und sagen, aha, und andere lauchen vielleicht mit, damit erkennen sie auch schon, wer sind vielleicht die zukünftigen Verstärker und die, die sonst mitmachen. Die Opfer bieten verschiedenste Aufhänger, das kann jeder sein in der Klasse, also ich habe die unterschiedlichsten Kinder und Jugendlichen gehabt, warum sie eben Opfer geworden sind, also warum dann letztlich so massiv die Menschenrechte verletzt wurden. Das kann der Vorname sein, in einer Volksschule da war ein Mädchen, das hieß Paula und ich werde es euch wahrscheinlich erinnern, es gibt ja, ich weiß nicht, ob es es jetzt immer noch gibt, diese Werbung mit diesem Pudding und die Paula war ein bisschen stärker als Mädchen und das ist brutales Opfer geworden beispielsweise es kann aber auch die Eltern sein, ich habe in einem Gymnasium einen Buben erlebt, der war Muslim, der einzige in dieser Klasse, der war der stärkste in der Klasse, es war echter Bulle und der ist es vier Jahre lang das massivste Opfer gewesen, warum? weil die Mama zu ihm folgendes gesagt hat der Islam ist eine friedfertige Religion und wenn du dich wehrst, wenn ich einmal höre, dass du irgendjemanden schlägst oder dass du gewalttätig bist, dann nehme ich dich aus dieser Schule heraus und daher hat sich der nicht getraut zu wehren und im wahrigen Jahr, bevor es dann Corona eingetreten ist, habe ich in einem Gymnasium einen 18-Jährigen gehabt, der war rothaarig und schlagsig und auf den haben eine Gruppe von Mädchen abgesehen gehabt oder in der Polytechnischen Schule, da habe ich massiven Rassismus und letztlich vom Mopping geworden ist, das sind nur so Beispiele, da gibt es natürlich sehr viel mehr, das heißt das kann jeder sein, ich habe aber auch schon mal einen Mopping-Opfer gehabt, das war der Klassensprecher, auch das ist ein guter Aufhänger, der Beste in der Klasse zu sein, bietet natürlich immer sozusagen die Breitseite. Wodurch zeichnen sich all diese Menschen aus? Ineffektives Wehren, also dieses Machtungleichgewicht und sie erhalten, sobald die anderen Schüler in der Gruppe und daher dieser gruppendynamische Effekt bemerken, was sie da entwickelt, halten sie den natürlich zurück, weil sie sofort spüren, wenn ich mich da jetzt einmische, werde vielleicht ich das nächste Opfer. Testphase. Das ist die Phase, die am längsten anhält, Gott sei Dank, muss ich sagen, wenn es Mopping gibt, das ist die Konsolidierungsphase, wir sehen da schon den roten Punkt, wir sehen dann die gelben und die Erranchen, das sind die, die dem roten Punkt hier helfen und wir sehen dann die Grünen, das sind noch die, die sich dagegen stellen und dann sehen wir die Grauen, das sind die typischen Beiständer, das sind also die Zuschauer, die halten sie ganz bedeckt, aber alle haben sie Ängste, das sagen wir alle in diesen Gruppen, sie haben Angst dorthin zu gehen, weil sie ja nicht wissen, was ist, wenn der blaue Punkt, das wäre also ihr unser Mopping-Opfer, wenn der weg ist, vielleicht wäre ihr dann das nächste Opfer, das heißt, die Angst, die ist bei allen in dieser Gruppe drinnen, bis vermutlich auf den roten, der hat vielleicht auch Angst, aber bei allen anderen ist das also dann Manifest. Was heißt das jetzt? Nach dieser Testphase kommt es immer mehr zu diesem wiederholten systematischen Schikanieren, es treten dann diese Rollen auf, die ich schon gesagt habe, das sind diese Assistentinnen, die Ermöglicherinnen, dann gibt es immer ein paar wenige Verteidigerinnen, ganz stark sichtbar ist natürlich das Schweigen dieser Menschen, die trauen sie vielleicht noch einem Schüler oder einem Jugendlichen oder einem Freund das anzuvertrauen, wenn er guter Freund ist, sonst sagen die das niemandem, weder den Eltern, aber auch in der Schule nicht und daher gibt es und dazu kommen dann aber noch natürlich sehr viele Tipps, die man nicht sagen sollte, weil sie einfach falsch sind, du musst dich halt wehren, das höre ich halt oft von den Eltern, aber so ein Mensch kann sich in so einem gruppendynamischen Prozess nicht wehren und diese Menschen können dieses begonnene Mobbing auch von selbst nicht wieder beenden, die brauchen Unterstützung von außen. Das ist das, was ich zum Meister erlebe, diese Konsolidierungsphase und da kann man sehr gut Prävention oder sehr gut systemische Intervention machen und das kann man tatsächlich beenden. Inner zwei Tage kann man das beenden, wenn dann die Multiplikatoren, sei es die Klassenlehrerin, die Schulsozialarbeit, die Sozialarbeit oder wie auch immer dann mitarbeiten und wenn wir auf mehreren Ebenen die Eltern und die Pädagogen auch dementsprechend geschult oder informiert haben. Und dann gibt es leider Gottes auch noch eine dritte Phase, die habe ich auch schon erlebt. Das ist also sehr, sehr schlimm. Was sieht man an dieser Grafik? Das Mopping-Opfer oder der verletzte Mensch, der blaue Bund steht außerhalb des Werte-Ramens und wenn ihr jetzt schaut, es gibt praktisch nur mehr den roten, orange und gelbe, das heißt alle sagen, ja, das geschieht dem Recht, es gibt nur mehr zwei graue, wenn es geschieht dem tatsächlich Recht und das ist eine Situation, wo die ganze Gruppe auf einen einzigen Menschen losgeht. Solche Situationen haben aber auch in der Ist-Zustandsanalyse und insofern auch schon eine Aussage habe ich schon zwei gehabt, diese Gruppe hat auch die Lehrer oder die Pädagogen bereits fertig gemacht, also in diesen Gruppen haben mindestens eine oder zwei Pädagogen schon W.O. gegeben, im Burnout oder im Krankenstand und wenn man in solche Gruppe hineinkommt mit einer Intervention wie ich sie mache, das hat überhaupt keinen Sinn, weil aus dieser ganzen Gruppe jemand mit mir mitarbeitet. Das heißt, jede Methode, die ich da anwende, ist von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil ich bekomme nur leere Kärtchen zurück, alle sagen zwar zu mir eben schweig, aber in unserer Klasse das gibt es gar nicht, wir sind so eine tolle Klasse und das Schlimme daran ist, ich finde auch nicht heraus, wer an wem diese Menschenrechte massiv verletzt werden. Also das gibt es Gott sei Dank nicht sehr häufig, aber ich habe es auch schon zwei gehabt, und zwar in zwei Gymnasien Oberstufe. Was heißt es jetzt, haben Sie mit einem Menschen zu tun, der steht möglicherweise kurz vorm Suizid, der ist massiv verletzt, aber alle anderen machen sich lustig über ihn, das heißt, er steht im Ausserab des Werte-Ramens. Hier und das nur hier würde ich empfehlen, wenn es nicht anders geht, wenn, dann müssen wir eine andere Methode anwenden, das Opfer trotzdem herauszufinden und dann aus dieser Gruppe herauszunehmen, das ist Notlösung, weil wir wirklich mit einer irreversiblen Opferrolle, mit einer Manifestation, mit einem Trauma rechnen müssen und das bleibt im Grunde genommen zumeist nur übrig, weil ich sage, bei den zwei Fällen, die ich gehabt habe, habe ich die Schulleitung gebeten, einen neuen Zugang zu machen, herauszufinden, wer das Opfer ist, über das Opfer die wirklichen Hauptmopperinnen festzustellen und die dann im Oberstufe Gymnasium ist das leicht möglich zu suspendieren. Das hat aber keine einzige Schule gemacht, das heißt, die Rückmeldung der Schulleiterinnen und Schulleiter war, also wir halten das jetzt noch ein Jahr durch, Ebenschweig, und dann ist das Thema für uns sowieso beendet. Tut mir leid, da muss ich dann aussteigen, kann, nachdem ich das Opfer nicht kenne, nur die Situation, kann man da nicht einmal eine Anzeige oder sonst irgendwas machen, das würde also auch einem dem oder den Opfern auch nicht wirklich helfen. Jetzt komme ich zur Zusammenfassung dieses Prozesses, das heißt, es sind drei Phasen, die da ablaufen, es ist immer die Gruppe entscheidend, nicht ein Einzelner, und diese Copping-Strategien, also diese Strategien, die manifestieren sich bei den Opfern, was meine ich damit, kurzes Beispiel, vierte Klasse Volksschule, ein Mädchen kommt neu in diese Klasse, Schulleiterin läuft mir an und sagt, da stimmt irgendwas nicht, ich glaube, dass das Mädchen Opfer von Mopping in der Klasse ist, mit dem unser Sozialtraining, das habe ich dann auch gemacht, was hat sie herausgestellt, dieses Mädchen ist tatsächlich schon Opfer von Mopping gewesen, auch in dieser Klasse, aber es war schon im Abklingen, das heißt, sie haben sich sehr gut mittlerweile vertragen, aber im Gespräch mit den Mädchen hat sie Folgendes herausgestellt, sie war bereits Mopping-Opfer im Kindergarten, hat sich dort bereits diese Copping-Strategien, diese Bewältigungs-Strategien eingelernt, ist dann in die Volksschule gekommen, ist aufgrund dieses erlernten Musters und sie war ein bisschen stärker wieder Opfer geworden, daraufhin hat sich die Mama sofort aus dieser Klasse Schule genommen, hat sich das nächste Jahr wieder in eine Schule gegeben und das dritte Jahr dann wieder in eine Schule und man konnte wirklich nachvollziehen, dass diese eingelernten Copping-Strategien mitentscheidend sind für dieses Machtungleichgewicht bei den Kindern und Jugendlichen. So, damit wäre ich wieder bei den Fragen. Es gibt eine Frage, also zwei Fragen eigentlich, nicht das letzte Beispiel, sondern das vorige Beispiel, weil eine Frage ist, ist hier ein Schulwechsel sinnvoll oder nur ein Klassenwechsel wäre die Frage gewesen? Also solange sich in der Konsolidierungsphase befindet, würde ich das Opfer, also den verletzten Menschen nie verändern. Das heißt, ich würde alles dran setzen, um den zu stärken, dafür gibt es eben dieses Sozialtraining, weil, wie am letzten Beispiel eben erklärt, haben diese Menschen schon diese Bewältigungsstrategien und die machen sie zumeist in der nächsten Klasse wieder zum Opfer. Ein ganz klassisches Beispiel, ein Gymnasium, die Direktorin ruft mich an und sagt, wir haben in einer Klasse ein Mopping-Opfer nach uns und dafür halten, bitte kommen Sie, machen Sie ein Sozialtraining. Es dauert natürlich immer eine Zeit lang, bis ich hinkomme. Dann komme ich hin, da kommt schon der Klassenvorstand, das ist eine Professorin, auf mich zu und sagt, mein Gott, wir brauchen Sie eigentlich gar nicht mehr, weil das Mädchen ist schon in der anderen Klasse. Wir haben das schon getauscht, das Problem ist schon beendet. Dann habe ich gesagt, ich habe einen Auftrag von Ihrer Direktorin, das Sozialtraining zu machen und woher, wissen wir, wenn es schon ein Mopping-Opfer gegeben hat, ein ziemlich sichtbares, dass es nicht ein anderes gibt. Nein, sagt sie, wir haben eh so viele Sozialstunden gemacht, das glaubt sie nicht, sagt, da gehe ich ein. Nein, ich mache mein Sozialtraining auf die Frage, an welcher Schülerinnen und welchen Schüler werden viele Menschenrechte verletzt. Das ist eine vollkommen anonyme Übung, auch vollkommen vertraulich, die Kärtchen, die kriege nur ich, die kriege da nie jemanden zur Hand, stehen bei 21 Schülern, bei 20 Schülern der Name Benjamin drauf. Also, ganz klares Zeichen, es gibt ein zweites Opfer. Ich mache eben mein Sozialtraining für diesen Benjamin und muss kurze Zeit später wieder zum Gymnasium, weil dieses Mädchen, das diese Klasse verlassen hat, wieder Opfer wird in der anderen Klasse. Das heißt, wenn man Kinder oder Jugendliche verändert, dann brauchen sie eine Stärkung durch Psychologen, Psychotherapeuten, aber auch natürlich müssen wir die Eltern informieren, dass die es auch richtig agieren, weil sonst hilft es in einem und für sich gar nichts, sondern diese Muster haben sie dermaßen gefestigt und führen wieder dazu, dass Kinder oder Jugendliche zu Opfern werden. Geht aber auch gleich für Erwachsene auch. Also kann man sagen, dass ehemalige Mobbing-Opfer in anderen Kontexten bevorzugt wieder zu Mobbing-Opfern werden? Ist eine Frage? Ja, absolut. Ganz absolut. Deswegen stelle ich mich ganz massiv dagegen. Das ist wie bei der häuslichen Gewalt, da haben wir es ja Anfang der 90er-Jahre geschafft, die, die betroffen sind, zu verändern. Also, wenn man herausfinden würde, dazu ist das Sozialtraining aber natürlich geeignet, aber durchaus könnte man machen, dann müsste immer, wenn man es nicht beenden kann, der Mopper oder die Mopperin oder die Mopperin mehr die Klasse verändern. Dann gibt es noch eine Frage, und zwar, gibt es bei den Phasen, die du vorher gerade erklärt hast, einen Unterschied zwischen Mobbing und Cybermobbing oder ist es gleich? Es gibt eigentlich keinen Unterschied, weil diese Testphase fängt im Grunde genommen immer mit Mobbing an in diesem Zwangskontext und verlagert sich mit quasi hundertprozentiger Sicherheit dann ins Netz. Das heißt, in die WhatsApp-Gruppe, auf Facebook, wo wir natürlich vielfach keinen Zugang haben, ich kriege aber oft von Eltern, ist vielleicht manchmal sogar ein bisschen bedenklich rechtlich, aber ich kriege vielfach von Eltern ganze Chatverläufe zugeschickt, was natürlich die Kinder und die Jugendlichen selbst nicht sagen, aber den Eltern vielleicht gesagt haben und deswegen könnte man immer sagen, wenn ich von Mopping rede, ist immer von Beiden die Rede. Dann gibt es noch eine Frage, hast du es auch mit Kindern zu tun, die von ihren Lehrern, also Lehrerinnen und Lehrern gemobbt werden, was passiert in so einem Fall, was ist hier deine Vorgehensweise? Gibt es auch, es gibt alles, Kinder, die von Lehrern gemobbt werden, es gibt aber auch Lehrer, die von Lehrern gemobbt werden, es gibt Lehrer, die von Schulleiterinnen oder Schulleitern gemobbt werden, in dem Fall ist es natürlich auch nicht so einfach, sage ich mal, das heißt, da muss man sich sehr viel mehr um die Strategie kümmern, da muss man mit der Schulleitung ein Gespräch führen, aber vielleicht unter vier Augen, vielleicht mit dem Professor, aber das ist oft total schwierig, habe ich auch schon gehabt, weil die ihre eingelernten pädagogischen Handlungsmuster haben, und das habe ich erst heuer gehabt mit einem Jugendlichen, der mir dann erzählt, wie ein Pädagoge auf ihn losgeht, keine Ahnung, weiß jetzt gar nicht mehr warum, da muss man natürlich insofern immer vorsichtig sein, im Hinblick auf den betroffenen Jugendlichen oder auf das betroffene Kind, weil nichts ist schlimmer als wenn das dann vielleicht nicht durch den mehr gemobbt wird, sondern durch andere, weil die Organisation jetzt sich irgendwie angepatzt fühlt oder ungerecht behandelt fühlt, also er braucht sehr viel Fingerspitzengefühl, aber ich versuche das natürlich, aber immer und das ist mir ganz wichtig zu sagen, immer in Absprache mit dem Kind, mit den Jugendlichen und wenn sie es wissen, auch mit den Eltern. Danke und dann gibt es noch eine Frage und zwar sind Mobbing Täter Täterinnen auch einmal Opfer eines Mobbings geworden? Also ist das so automatisch irgendwie kann man sagen? Ja, das gibt es durchaus also ich kenne einige also wie gesagt meine Arbeit besteht immer darin die Gruppe zu stärken also die Gruppe zu stärken wenn es Mobbing gibt das aufzulösen das ist sehr emotional da gibt es sehr viel Tränen immer aber ich beende das dann brauche aber dann dazu die Unterstützung der Schule oder der Organisation die dann mich weiter unterstützt das gibt es natürlich voll auf dass auch Leute die gemobbt wurden dann gelernt haben zu sagen na gut bevor ich vielleicht wieder hier dieses Leiter fahre werde ich selbst zu jemandem ich behaupte aber nach wie vor dass die meisten Mopperinnen und Mopper wie soll ich sagen menschliche Grundbedürfnisse aufholen wollen die sie im Vorfeld in der Familie im sozialen Umfeld nicht erhalten haben Gut danke gibt es noch Fragen von euch dann bitte noch schnell in den Chat schreiben okay ich habe jetzt nur eine Geschichte dann machen wir Pause gell ja okay ich beantworte aber natürlich so hier geht es darum fallen zu vermeiden es wird ja kaum jemand zugeben also ich habe noch nie jemanden gehabt der gesagt hat ja Hebenschweiger ich bin der der dort diese Menschenrechte so massiv verletzt ich habe noch im Februar eine Klasse gehabt ganz ein kurzes Beispiel eine Mama ruft mich am Samstag vormittag an und sagt Hebenschweiger braucht dringend ihre Hilfe mein Sohn ich habe 13 Jahre der hat sich verändert und gestern am Freitag am Abend haben wir ihn dann einmal in die Zwickmühle oder so ähnlich hat sie es genannt genommen und hat einmal erzählt dass er seit zwei Jahren massiv gemobbt wird und er hat zu ihr gesagt und Mama wenn das nicht aufhört begehe ich Selbstmord solche Dinge landen sehr häufig bei mir jetzt Gott sei Dank kannte ich die Schule ich habe einen Betreuungslehrer angerufen der sehr engagiert ist am Samstag und wir haben uns dann für Sonntag zusammengeräte eine Strategie zu entwickeln das haben wir dann auch gemacht und ja als erstes hat er am Montag in der Früh den Buben herausgeholt aber natürlich nicht zum Thema Mobbing sondern schulischer Kontext hat ihn darauf angesprochen der Bub hat das bestätigt und ich bin dann zwei Tage später schon an der Schule gewesen da wir meine Terminpläne durcheinander und in aller Kürze nicht nur der Bub war Mobbingopfer sondern es war ein Mädchen drin das war ein viel schlimmeres Mobbingopfer und es gab circa vier Stunden Tränen in dieser Klasse und warum ich das erzähle ist weil man typisch erkannt auch aufgrund des Schauens der Schüler und der Reaktion an wer vor wem das ausgeht und der hat aber vier Stunden mitgeheult also das gibt es manchmal auch das heißt es ist durchaus so dass diese Mopperinnen Mopper auch Unterstützung bekommen müssen vielleicht auf andere Art und Weise aber das ist halt nicht meine Aufgabe und das würde mich persönlich sozusagen überfordern aber was immer wieder vorkommt sind diese Strategien also Rechtfertigungen die Hauptrechtfertigung der Klassen der Gruppen ist Helmschwege das nur Spaß also das ist gar nicht so ernst und das war überhaupt gar keine Absicht dahinter und das sehe ich dann oft auch bei den betroffenen Kindern wenn wir systemische Intervention machen frage die dann natürlich auch manchmal in der Öffentlichkeit aber manchmal dafür auch und dann sagen die auch die haben nur Spaß gemacht mit mir der Muslim im Gymnasium hat zu mir gesagt das war alles nur Spaß wir haben miteinander gekauft aber da habe ich gern mitgemacht ich habe vier Jahre lang die Jause für die einkaufen müssen mit meinem wenigen Geld ich war nur Diener aber es war alles nur Spaß also da muss man sich aufpassen dass man bei diesen Rechtfertigungen der Mop aber auch sozusagen die die betroffen sind dann nachhakt und nicht wirklich davon ausgeht dass das nur Spaß ist auch wenn das so gesagt wird das zweite hat oder sie hat ja mich provoziert und daher ist es dazu gekommen daher ist es mir immer ganz wichtig den jungen Leuten zu sagen bitte wenn sich das ins Internet verlagert egal auf welcher Plattform schreibt nicht das gleiche zurück wie die anderen schreiben weil wir uns schwer tun herauszufinden wer hat begonnen und wer ist jetzt eigentlich der Akteur in dieser Angelegenheit toll wäre es sage immer wieder den menschen wenn sie für euch privat ein Mopping Tagebuch führt das hilft manches mal mit dem besser umgehen zu können und aufgrund des Mopping Tagebuch kann man auch mit Eltern eine sehr gute Intervention machen aber das ist eine typische Rechtfertigung die da oben steht er hat mich provoziert was ich auch immer wieder höre ja ist nur passiert weil ich mich nicht kontrollieren habe können ich bin halt ausgeflippt aber so wie der ausschaut oder was da passiert ist konnte gar nicht anders als auch das ist eine typische Rechtfertigung oder die Gewalt Legitimation das hört man auch sehr häufig ja das ist normal unter uns dass wir uns das antun und das spannend ist dass alle dieser Meinung sind dass das stimmt was die dann sagen das heißt erst unter vier Augen offenbart sich dann zumeist ein anderes Bild ist kaum jemand bereit herauszutreten und zu sagen ja das stimmt gar nicht für mich war es nicht Spaß und das macht mir sehr wohl was aus deswegen stelle ich immer da die Frage was macht Gewalt mit mir und da lasse ich auch sehr gut diskutieren weil von dieser Form der Gewalt von Mopping sind ja immer alle betroffen nicht nur einer sondern alle haben diese Ängste hoffentlich passiert das wir nicht auch und damit bin ich schon bald am Ende das heißt die Opferhaltung gehört auch dazu das höre auch immer wieder dass dann Leute sagen ja immer bin es ich alle auf mir herum und die nehmen halt die das tun so diese Opferhaltung ein wir haben dafür einen Begriff wenn ich das zulasse und sagen okay das habe ich jetzt verstanden dass es dafür eine Rechtfertigung gibt dann nennen wir das Einsichtsfall weil dann geht es mir zwar als Pädagogin oder als Mama gut zu sagen ja ich habe das eh verstanden dass das so macht aber es ändert nichts an der Situation also wir nennen das Einsichtsfall und das erkläre dann immer den Pädagogen dass sie auf gar keinen Fall einsteigen sollten sondern einfach hinterfragen müssen so jetzt haben wir eine Stunde um wir kommen dann bei der nächsten Bereich zum Thema der Schweigen beenden und da zeige ich dann noch der Pause einen kurzen Videoclip gibt es jetzt noch abschließende Fragen ich würde uns vorschlagen dass wir zehn Minuten Pause machen ist das okay sehr gerne wenn es noch eine Frage gibt bitte jetzt in den Chat schreiben aber ich glaube du erklärst das so gut dass wir keine Fragen haben oder die Fragen kommen erst danach das kann natürlich auch sein aber ich würde schon ja für die Fragen danach darf ich sagen es gibt dann ganz zum schluss eine folie da stehen alle meine kontaktdaten drauf das gilt ja für alle menschen mit denen ich arbeite das heißt wenn es Fragen danach gibt ich sage immer dass bei den eltern oft bei den pädagogen nach Hause gehen kommt den drauf warte das hätte jahre fragen sollen dann bitte ist es jederzeit die möglichkeit mit mir auch nach diesem zoom talk mit mir in kontakt zu treten super na es sind keine Fragen gekommen günther wir könnten in die pause gehen ja und dann würde ich sagen in zehn minuten starten wir wieder wir treffen uns um zehn nach elf wieder und ich wünsche euch eine schöne pause bis gleich ja ich ebenfalls tschüss okay wenn es für euch passt bin ich gerne wir freuen uns okay so jetzt muss ich nur schauen dass mein Maus wieder weg ist so Nummer fünf würde bedeutend das Schweigen beenden in meiner Arbeit ist es so dass ich um Schweigen beenden zu können bedarf seiner gewissen emotionalen Berührung das heißt Teil meiner Arbeit ist einfach diese emotionale Berührung mit Methoden herbeizuführen und darauf aufzubauen und ich habe euch jetzt einen kurzen Videoclip mitgebracht den sehen aber auch nur die Erwachsenen sage ich auch dazu das sieht kein Kind und manchmal nur wenn ich das Gefühl habe das würde passen die Jugendlichen lo und die le es bin und ich die l You're ugly. Your mom hates you. You're no good. You're not a man. You don't have any friends. No one likes you. You're just a mistake that should have never been born. Slay your wrist and kill yourself. If I ever see you again, I'm going to murder you. If you don't kill yourself, someone else will. I was scared and very angry at the same time. It makes me feel worthless. It was the point to where I didn't go to school. I'd be in my room just thinking I just shouldn't be here anymore, sort of things. Holding it all in for so long, it was hard because I didn't know how I would tell her. And like, what if she didn't believe me? I was scared. When he was up in his room, we thought, okay, he's safe. Completely unaware that there was this other force that was reaching out and negatively impacting him so much. We started thinking, well, he's just gotten really quiet and shy over the years. And yet what we didn't realize was that Daniel was being cyberbullied every single day until the point that he could take it no longer. I don't ever want you to have those kind of thoughts, man. You are going to rise above everything that is going on in your life right now. I don't want you to ever be afraid because we can handle this. When I finally told my mom about everything that was happening, I felt like stress got lifted off my shoulders. It was definitely a huge boost knowing that I had someone loving me and backing me because you can't go through stuff like this alone. And I felt more safe. It made me see life and everything from a whole new perspective. Please talk to your kids. We will get through this together. I love you. 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 Wie geht's euch, würde ich jetzt die Frage stellen, weil diese Gewaltphänomene kann man natürlich nicht kognitiv erklären. Man kann sie, man kann an niemanden überzeugen, bin ich also überzeugt, sondern man muss die Leute motivieren. Und für diese Motivation, vielleicht für diese intrinsische Motivation, braucht es aus meiner Sicht auch diese emotionale Berührung. Und wenn ich diesen kurzen Videoclip zeige, das letzte Mal beim Kongress der Allgemeinen Mediziner da in Graz, vor 600 Leuten, und da sieht man, da sieht man bei wie vielen die Tränen herunterrinnen, dann bin ich mir bewusst, also diese emotionale Berührung hat zu einem leichten, zumindest und das ist ein Perspektivenwechsel geführt, was das Thema Mopping anbelangt. Und deswegen, wie gesagt, ist nur eine Möglichkeit dieser, also eine Methode. Warum schweigen die Opfer jetzt? Warum schweigen diese betroffenen Kinder und zu 100% sagen wir alle, dass sie glauben, wenn sie das jemandem erzählen, dass es dann schlimmer wird und da haben sie nicht Unrecht. Solange dieser phasenorientierte und gruppendynamische Prozess nicht erklärt ist, solange die Eltern, der Gagogen, die Sozialarbeiter, wer immer in diesem Kontext arbeitet, nicht verstehen, wie der Prozess abläuft, solange werden quasi Handlungen gesetzt, die tatsächlich die Kinder massiv belasten. Beispiel aus dem Bundesland Kärnten in einer HTL, 17-jähriger Buch massiv von Mopping betroffen. Frage ich ihn, ob er seinen Eltern davon erzählt hat. Sagt er, nein, sage ich, warum nicht? Sagt der Herr Ebenschweiger, und jetzt zitiere ich, wenn ich das meinen Eltern sage, dann rufen mir die sofort die Mopper-Eltern an und dann rennen sie in die Schule und blären mir die Lehrerin und den Schulleiter zusammen und dann sinkt mein Standing in der Schule und in der Klasse ins Bodenlose. Genauso hat er mir das erklärt und er hat vollkommen recht. Wenn das so abläuft, dann verliert dieses Kind die Souveränität nicht nur über sich selbst, sondern auch in dieser Peer-Group. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man den Prozess so weit im Vorfeld abklärt, dass die Handelnden Personen letztlich dann die richtigen Schritte setzen. Was haben jetzt diese jungen Menschen, aber es gilt für die Erwachsenen gleich, für Copping- oder Bewältigungsstrategien? 30% sagen, stark die Statistik, die passen sich eben an. Das ist ganz gleich wie bei der häuslichen oder bei der sexualisierten Gewalt. Die Opfer gehen einfach her und versuchen, sich anzupassen. Viele geben sich natürlich selbst die Schuld, wissen wir, dass man nicht Ohnmacht aushalten kann und das Beste ist, sich selbst die Schuld zu geben. Die Hälfte circa verhält sich defensiv in verschiedensten Formen und nur ganz wenige sind proaktiv. Das heißt, die tun wirklich aktiv was dagegen. Das heißt, deswegen brauchen diese Menschen Unterstützung. Warum schweigen sie jetzt? Ich habe da nur ein paar Punkte wieder zusammengefasst. Eins ist, sie fürchten Vorwürfe und erhalten wenig hilfreiche Kommentare. Und das stimmt. Das heißt, wenn sie zu Hause oder bei ihren Multiplikatoren das erwähnen, dann sagen natürlich viele, da kommst du erst jetzt zu mir. Warum hast du mir das nicht schon früher gesagt? Manche sagen natürlich, ja, da musst du halt zur Wehr setzen. Also das wird schon von selbst aufhören. Solche gibt es natürlich genauso. Und was natürlich fast alle auch sagen, ja, dann bin ich ja ein Betzer oder eine Betze. Und da muss ich dann immer erklären, dass wenn Menschenrechte verletzt werden, hat jeder Mensch das Recht, sich Hilfe zu suchen. Und das ist eben kein Verbetzen. Verbetzen ist ganz was anderes. Die Opfer haben aber auch Angst, dass die Informierten, können ja viele sein, überreagieren. Und beispielsweise die Eltern, wie es mir der Bub gesagt hat, in Kärnten sofort die Moppa-Eltern anrufen. Und die zusammenschreien oder ihnen Vorwürfe machen. Und was natürlich sehr schnell passiert, dass Eltern auch dann der Organisation, der Schule, die Schuld geben und sagen, ihr habt es da zu wenig gemacht, ihr habt es da zu wenig dagegen gesetzt, ihr habt es das nicht bemerkt. Tatsache ist, und das ist eben der Mythos, dass die Lehrer wirklich, und das kann ich jetzt nach sieben Jahren sagen, aus allen Wolken fallen, wenn dann ein Mopping-Opfer identifiziert wird. Im Herbst habe ich gehabt, in einer neuen Mittelschule einen Buben, der war Autist. Ich habe den nicht herausbemerkt in dieser Klasse, aber es war eigener Betreuer drinnen. Und der Betreuer hat gesagt, er hat immer das Auge drauf, schon seit über zwei Jahren, auf diesen Buben. Und der wird sicherlich nicht gemobbt. Tatsache ist, die Klasse hat aber gesagt, er wird gemobbt bei dieser Abfrage. Und am nächsten Tag haben wir dann erfahren müssen, wie schlimm dieser Autist von dieser Klasse und von anderen Klassen auf brutalste Art und Weise natürlich immer geheim, immer dann, wenn eben niemand dabei war, kein Pädagoge, keine Eltern gemobbt worden ist. Das, was für mich dann aber noch viel schlimmer war, dass der Betreuungslehrer die Klasse verlassen hat, offenbar, weil er sich selbst die Schuld gegeben hat, das nicht zu bemerken. Und den habe ich dann nie wieder gesehen. Also auch solche Dinge kommen vor. Aber es bedeutet natürlich, wenn sowas passiert, dass die Informierten überreagieren, dass das dann zur Zerstörung des Standings, wie der Bub der Jugendliche gesagt hat, oder dass die Souveränität bedeutet. Und was mir auch wichtig ist, es bedeutet, so ein Verhalten immer auch eine Sekundärviktimisierung. Und das bedeutet, ich bin jetzt schon mal Opfer geworden, wende mich jetzt an jemanden und erfahre dann, okay, da bist du selbst schuld dran, da heißt es dir werden müssen, warum bist du nicht früher gekommen? Oder es werden ganz falsche Schritte gesetzt und dann werde ich noch einmal victimisiert. Und deswegen bin ich immer so vorsichtig mit Anzeigen, wo ganz am Anfang die Frage gewesen ist, weil wenn die Beweise nicht ausreichen, wenn die Beweise nicht ausreichen, wird das Verfahren ganz schnell eingestellt und die Erwartungshaltung der jungen Menschen, aber auch der Erwachsenen ist, aha, jetzt bekomme ich recht und sie bekommen dann erst nicht recht. Und das bedeutet für die Menschen ganz schlimm, diese Sekundärviktimisierung, der schon am Körper oder an der Seele verletzt ist. Deswegen war ich immer davor, das zu tun. Bin dafür, dass man das macht, aber zuerst sollte man diesem betroffenen Menschen, der am Körper oder der Seele verletzt ist, zuerst helfen, zuerst sollte man den stärken, zuerst das Umfeld auch stärken und dann, je nachdem, wie sich die Situation darstellt, kann man immer noch diese Anzeige tun. So, damit bin ich wieder bei der Fragerunde. Bitte. Zurzeit sind keine Fragen im Chat, aber vielleicht kommen sie noch. Ich würde euch bitten, wenn ihr Fragen habt, zu diesem Abschnitt einfach jetzt die Frage in den Chat stellen. Bitte. Okay. Gut. Aber nichts, aber kann man auch aufstellen. Genau. So, zum nächsten Punkt. Alarmsignale. Was heißt das jetzt? Also man muss davon ausgehen, dass egal, wie alt der Mensch ist, quasi in einer, sich in einer Situation befindet, die Ohnmacht produziert, nachdem aber Ohnmacht niemand von uns aushalten kann, suchen wir uns Auswege, gedankliche Auswege. Und einer der wichtigsten und meisten Auswege ist, ich gebe mir selbst die Schuld. Das haben wir bei allen Formen, Gewaltformen, dass die Opfer an und für sich immer davon ausgehen, dass sie selbst zumindest einen wesentlichen Teil daran schuld haben. Und das ist zum Beispiel schon so ein Alarmsignal, was das genau sein kann, zeige ich dann auf der nächsten Folie. Wir haben es mit tatsächlich physischen und psychischen Schmerzen zu tun. Sozialer Ausschluss, und das weiß man jetzt seit zwei oder drei Jahren, führt zu realen Schmerzen, wie wenn man sich ein Bein oder einen Arm bricht. Das heißt, es ist ganz normal, dass junge Menschen, aber auch Erwachsene letztlich dann ins Spital gehen, weil sie tatsächlich Schmerzen verspüren. Und das hat aber mit dem sozialen Ausschluss zu tun, wissen aber die wenigsten. Dann natürlich posttraumatische Belastungsstörungen können auftreten, wenn das natürlich jetzt über Jahre dauert. Das Stockholm-Syndrom möchte ich auch ganz kurz erklären, für die, die es nicht wissen. Stockholm-Syndrom bedeutet im Grunde genommen, ich arrangiere mich mit dem Mopper, in dem Fall, oder mit der Mopperin, sodass ich wenigst möglich Opfer werde. Das heißt, jemand, der unter dem Stockholm-Syndrom leidet, der hat überhaupt nicht die Idee, mit jemandem drüber zu reden, weil der sieht nur zu, was kann ich tun, damit mir das nicht öfter passiert, oder nicht schwerer passiert. Und natürlich gibt es auch viele Menschen, die aus dieser Mopping-Situation ein Trauma mitnehmen. Was erlebe ich nun in meiner Arbeit? Was sagen mir die Kinder, die Jugendlichen oder auch die Erwachsenen? Eines der Hauptgründe ist natürlich Angst. Aber Angst hat noch einmal nicht nur der oder diejenige, die gemobbt wird, sondern haben alle, die es im Kontext arbeiten oder sitzen oder irgendeine Leistung erbringen. Geht zumeist einher mit Leistungsabfall, also wenn man dann diese Intervention, diese systemische Intervention gemacht hat und sich dann noch einmal in einer Reflexion, weil das gehört da dazu, noch einmal genau den Weg anschaut, sieht man sehr deutlich auch diesen Leistungsabfall. und da kann man auch Rückschlüsse ziehen, obwohl das in der Intervention schon aufgearbeitet wird, wie lange dieser Mopping-Prozess schon andauert. Kopf- und Bauchschmerzen sind natürlich ganz typisch, Schlafstörungen, massive Fehlstunden, schon in Volksschulen. Ich habe also jetzt wieder eine Volksschule, da gibt es bei einem Kind ganz massive Fehlstunden. Wir wissen jetzt schon, dass das auf einen Mopping-Prozess zurückzuführen ist, Depression bis hin zu Suizid-Gedanken. Da möchte ich zum Beispiel ein Beispiel sagen, im Rahmen meines Sozialtrainings zeige ich einen kurzen Schulungsvideo-Film, der heißt Let's Fight It Together. Der dauert genau sechs Minuten. Laut Manual müsste man den nach fünf Minuten anhalten, weil, da sagt der betroffene Joe, so das war's. ich halte den Film dort nicht an, sondern ich lasse den fertiglaufen, so dass wir auch gleich die Lösung dazu sehen, weil 100% aller Jugendlichen sagen mir, würde ich den da anhalten, okay, der begeht jetzt Selbstmord oder Suizid und das möchte ich beispielsweise nicht. Das heißt, das kommt sehr häufig von den jungen und auch erwachsenen Menschen und dann natürlich Einsamkeit, Traurigkeit, Scham, Gefühl, Ärger, sehr häufig Rückzug aus dem sozialen Umfeld, sehr häufig am Computer sitzen, Computerspiele spielen, exzessiv bis in die Nacht hinein, sind dann durchaus Alarmsignale und Folgen und Tatsache ist, dass diese Menschen nicht imstande sind, alleine diesen Prozess zu beenden. Beispiel dazu, Lehrerin ruft mir an und sagt, Hebenschäger, wir haben einen schwarzafrikanischen Jugendlichen in unserer Klasse und der steht in der Pause immer neben mir und jetzt habe ich ihn schon ein paar Mal gefragt, warum er nicht mit den anderen spielt, aber da zuckt er nur mit den Schultern. Was sagen Sie dazu? Ich habe gesagt, so wie Sie mir das schildern, ist das ein Mopping-Opfer. Ja, hat sie gesagt, das kann ich mir nicht vorstellen, habe ich noch gar nichts bemerkt, habe ich gesagt, ja, davon bin ich überzeugt und, nehmen Sie jetzt gleich mal vorweg, es hat sich herausgestellt, Tatsache ist, er war massives Mopping-Opfer. Also es gibt ganz viele solche Alarmsignale, die nur nicht unmittelbar auf Mopping hinweisen und die auch nicht Mopping sein müssen. Das muss ich auch sagen, Kopf- und Bauchschmerzen kann ganz andere Ursachen haben, auch Schlafstörungen, weinen, kann ganz viele andere Ursachen haben, aber es ist durchaus ein Anzeichen eines Mopping-Prozesses. Dazu braucht es aber, wie gesagt, diese Ist-Zustandsanalyse, damit man dann ein bisschen besser das beurteilen kann. So, und damit wäre ich schon wieder ganz kurz bei der nächsten Fragerunde. zur Zeit keine Fragen im Chat. Ja, ich habe noch gesehen, ich glaube, das war es der Du, der Johannes hat das Video. Bitte schön, da gibt es aber ein Video, das hat auch deutsche Untertiteln, das ist manchmal hilfreich, das verwende ich heute, weil heute nicht alle dem folgen können und das Video ist aus Großbritannien und ist manchmal nicht ganz leicht zu verstehen und daher verwende ich heute das mit den deutschen Untertiteln. Es gibt doch eine Frage, und zwar, was tun bei Verdacht? Also, ja, das ist eine ganz wichtige Frage, wenn man also den Verdacht hätte, was die meisten gar nicht haben, dann braucht es natürlich sehr viel Beziehungsaufbau und Vertrauen, wenn man, wie gesagt, wenn man weiß, wer könnte das Opfer sein, also wer würde da verletzt werden, das weiß man oft gar nicht, man hat vielleicht den Verdacht, dass der in der Gruppe was nicht stimmt, dann wird es noch ein bisschen schwieriger, wenn man jetzt wüsste, okay, mit dem rede ich jetzt einmal, ich nehme halt nicht mehr dann die Klassensprecher zur Hand, oder das sind ja meistens zwei, und setze mich halt dann unter sechs Augen zusammen, dazu braucht es natürlich ganz wichtig den Beziehungsaufbau und auch das Vertrauen, das kriegen sie aber dann bei meiner Arbeit, weil sonst würden sie mir nicht all die Dinge dann anvertrauen, auch wenn sie es auf Kärtchen schreiben, die sie dann einfach tun, also auf gar keinen Fall einen Schnellschuss setzen, nehme ich jetzt wieder so ein Beispiel her, die Lehrerin hat einen Verdacht, geht in die Klasse und sagt so, ich glaube, da wird jemand gemobbt in der Klasse und jetzt hört sie mir aber bitte sofort damit auf, weil das ist ganz schändlich und das darf nicht sein und habe sie das verstanden, ja, okay, ja, sie schütteln alle den Kopf damit, Einsichtsfalle, hört nicht auf, dann geht das Mädchen zur Mama und sagt, ja, sie wird da gemobbt, sie geht zur Klassenlehrerin, die sagt, da habe ich eh schon probiert, gehen Sie hinein, vielleicht können Sie was verändern und dann geht die Mama hinein und bietet wieder die Klasse damit aufzuhören und das wird noch einmal schlimmer. Das heißt, das kann vollkommen falsche Reaktionen, wenn es in einem Zwangskontext passiert, gibt es ja zumeist mehrere handelnde Personen. Ich bitte immer darum, dass sie in so einem Fall alle handelnden Personen ansprechen, aber vertraulich, also dass die nicht gleich irgendwie nach außen was tun, um auch deren Meinung zu bekommen. Also es gibt ja oft viele Lehrer oder Professoren, die da in einer Klasse sind und die kann man mal darauf ansprechen und kann sagen, fällt euch irgendetwas auf und das sammle ich dann, dann könnte man sagen, ist da eine Intervention vielleicht erforderlich. Noch einmal, wichtig ist, nicht rasch handeln, sondern sich Aufzeichnungen machen. Ich gebe den Lehrern zum Beispiel ein eigenes Formular, wo sie dann das zusammenschreiben können und dann eine gemeinsame Meinung bilden. Das große Problem, das ich immer da sehe, ist, dass in Schulen, ich weiß nicht, wie es bei den Jugendarbeitern ist, aber ich glaube, da ist es durchaus anders, die haben die Angewohnheit, sofort eine Lösung haben zu wollen und sie haben immer Sorge, wenn ich nicht sofort eine Lösung anbiete, kriege ich das vielleicht einmal als Vorwurf und daher sind die ganz rasch mit irgendwelchen Lösungsansätzen, die aber zumeist nicht zu dem Thema passen und das ist oftmals im Kontext Schule durchaus ein riesiges Problem, denen zu erklären, ihr müsst euch jetzt Zeit lassen, ihr müsst da noch ein bisschen besser das herausfinden, um dann, wenn es tatsächlich der Fall ist, dem Opfer gut helfen zu können. Ja, super, es ist nur eine Frage, ich weiß nicht, aber wahrscheinlich ich sehe es schon beantwortet, würde das heißen, dass Lehrerinnen oder Lehrer Alarmsignale beobachten und gut dokumentieren, bevor man etwas einleitet? Ich glaube, das hast du eh gerade vorher. Genau, aber das ist im Schulkontext total schwierig. Ich sage ein bisschen anderes Beispiel, eine Lehrerin, die ich es eh gut kenne, nicht, dass der Steiermark ruft mich an und sagt, eben schon, ich habe bei uns in der Pause im Gymnasium werden Heil-Hitler-Rufe gerufen. Und wir haben das überhaupt noch nie gemerkt, aber ein Schüler hat es mir jetzt erzählt, im Vertrauen, was du jetzt? Ja, was du jetzt? Jetzt habe ich gesagt, sie, gehen Sie bitte nicht her zum Direktor sofort oder nehmen Sie den Schüler und gehen Sie zur Polizei und der muss eine Aussage machen, weil der wird das verleugnen. Der wird sagen, nein, so habe ich das nicht gesagt, weil dann führen Sie den Schüler vor und der verliert wirklich seine Souveränität. Sie wissen das jetzt? Bitte versuchen Sie gemeinsam herauszufinden, ob das stimmt, wie es stimmt, wie stark es stimmt und dann soll der Schulleiter eine Maßnahme setzen, aber ohne diesen Schüler sozusagen vorzuführen. Die Lehrerin hat sich dann nie mehr bei mir gemeldet. Also ich glaube, die haben das erstere gewählt. Der Schulleiter wird gesagt, oder die Schulleiterin weiß ich gar nicht, wird gesagt haben, ja, dann wird das aber uns vorgeworfen, dass wir vielleicht gegen Rechtsextremismus nichts unternommen haben. Wir holen gleich die Polizei. Du musst dann sagen, wer dir das mitgeteilt hat und dann ist das aber schon vorbei, weil ich bin überzeugt davon, dass der Schüler oder die Schülerin genau dann das machen wird und sagen, na, das stimmt gar nicht so, also so, wie es nicht gesagt. Ich habe es ganz anders gesagt. Also ja, bitte lassen wir uns, wenn wir wirklich professionell helfen wollen, die Zeit, die es braucht, um wirklich herauszufinden, wie die Hilfe ausschauen kann und darf. Hallo? Ja, es ist noch eine Frage gekommen. Ich habe aber auch gehört, dass man sich beim Mobbing als Lehrperson, Pädagogin immer klar positionieren soll. Also wenn Mobbing irgendwo auffällt, dass man gleich sagt, dass das nicht okay ist. Ja, nein. Ja, es ist durchaus okay, dass man sich positioniert in seiner Haltung, dass man das auch klar sagt. das würde ich aber dann schon ganz zu Beginn machen, welche Haltung ich habe. Aber, dass man trotzdem, wenn es passiert, und das merkt man selber gar nicht, wir sagen immer, gut gemachtes Mobbing erkennt man nicht. Und das stimmt tatsächlich, dass man dann den zweiten Schritt setzt und sagt, ich habe mich positioniert, ganz klar. Das passt auch, man kann da Übungen machen, da gibt es ja ganz eine Menge verschiedener Übungen dazu. Aber wenn man das Gefühl kriegt oder wenn man was hört, dass man dann den zweiten Schritt setzt und sagt, jetzt muss ich mir aber die Zeit nehmen, um letztlich das auch beenden zu können. Und nicht nur, dass das aus meinem Gesicht ist. Also aus den Augen, aus dem Sinn heißt es immer. Und die Mopper verstehen das hervorragend. Dann das in der Pause, wo sie unkontrolliert sind. Also da wird es in Wiener ganz am massiven Fall oder auf dem WC beispielsweise. Oder natürlich im Internet, auf dem Schulweg, hin und retour, im Freizeitraum, im Sozialraum. Es gibt genug Möglichkeiten, sich dann auszuleben. Das hat natürlich nichts unmittelbar mit der Schule zu tun, aber das Opfer bleibt Opfer, und wird sogar noch massiver Opfer. Danke. Es gibt noch eine Frage, und zwar, was machst du im Sozialtraining zum Beispiel? Ich würde dich Frage gerne nach hinten verlegen, weil ich habe ganz zum Schluss, habe ich vor, das ganz kurz zu erklären, wenn es recht ist. Gerne. Okay. So, Schutzfaktoren. Prävention ist immer eine Gemeinschaftsaufgabe, deswegen war mir das am Anfang ganz wichtig, das zu erklären. Es ist wichtig, dass mehrere Ebenen beteiligt sind. die Klasse alleine, und das wird durchaus zur Frage davor, kann das kaum lösen, weil, wie gesagt, der Zwangskontext ist vorhanden, das macht Ungleichgewicht, erkennen wir nicht, oftmals nicht, und es braucht aber auch die Eltern und alle, die damit zu tun haben. Das heißt, meine Bitte ist immer, und dem wird meistens entsprochen, wenn ich wohin komme, mache ich jetzt ein Sozialtraining, mache ich eine Lehrervortbildung und einen Elternabend oder eine Elternschulung. Und die, diese Triangel sozusagen, die ist so stark, dass sie tatsächlich vieles sozusagen dann im Keim ersticken können oder aber auch in der Lage sind, durch richtiges gemeinschaftliches Handeln, setzt natürlich sehr viel Reflexionsbereitschaft aller Beteiligten voraus, dieses Thema sozusagen dann gut in den Griff zu kriegen. Deswegen ist das also mir immer ganz wichtig zu sagen. Was mir auch ganz wichtig ist, und das war auch zu der vorigen Frage, unaufgeregtes Handeln. In meiner Arbeit, vielleicht kennen ihr mir welche, bedeutet das immer unaufgeregt auf die Situation zuzugehen. Und auf die Frage der Pädagogin zu sagen, ich mag es immer so. Ja, also ich sage immer, ja, ich habe das gehört, ich habe das gesehen, ich habe das gespürt und, wichtig ist, dass man jetzt nicht aber sagt, weil sonst blendet das auf, und, ich möchte jetzt gern wissen und das verstehen wollen und, ich sage es aber gleich, alles, was mit Gewalt zu tun hat, ist für mich inakzeptabel. Und das sage ich auch so, wie ich es jetzt gesagt habe. jede Form von Gewalt ist für mich schlichtweg inakzeptabel. Das bedeutet aber auch, dass ich nichts bagatellisieren und nichts dramatisieren darf. Das ist eine immense Herausforderung, wenn man dann selbst betroffen ist in der Situation, wenn die eigene oder Selbstwahrnehmung eine ganz andere ist, als wie die mir plötzlich offenbart wird, dann ist es verständlich, dass bei Pädagogen, bei der Pädagogin und auch bei den Eltern ganz viele Emotionen hochkochen. Ich sage aber immer wieder, ihr seid die Erwachsenen und ihr müsst selbst dafür Sorge tragen, dass ihr mit euren Gefühlen, mit diesen Emotionen fertig werdet und das nicht zu lassen durch zu rasche Reaktion, durch Dramatisierung oder Bagatellisierung letztlich sozusagen zu lassen des betroffenen Menschen auslebt. Das heißt, die Lösungen sind nicht die Emotionen oder die Schulzuweisungen, das weise ich immer massiv zurück. Wir sind halt leider Gottes eine Gesellschaft, in der man ganz schnell immer einen Schuldigen sucht. Bei dem Thema Mopping muss ich sagen, wenn man von Schuldigen reden würde, da gibt es ganz, ganz viele, die da mitwirken, weil Mopping tritt einfach nicht nur so auf, genauso wie Gewalt nicht nur so auftritt, sondern da gibt es ganz vieles. Das ist ja der Grund für meinen Zugang zur phänomenübergreifenden Extremismusprävention. Es gibt ganz viele Gründe, die übergreifend sind und mir ist immer wichtig, Lösungen zu suchen und anzubieten und nicht zu emotionalisieren und auf gar keinen Fall Schuld zuzuweisen. Das bedeutet aber auch, die erwachsenen Reaktionen, und das wollte ich vorher sagen, müssen angepasst und lösungsorientiert sein. Und beim Mopping muss man wissen, es ist nicht ein Einzelner, der da betroffen ist, sondern es ist immer die ganze Gruppe und daher muss die Reaktion auch diesen gruppendynamischen Prozess berücksichtigen. Wenn ich nur aus der Emotion heraus einen einzelnen betroffenen Menschen berücksichtige, dann ist es nicht keine adäquate Lösung für das Problem Mopping. Und ich habe heute mir drei Fragen angewöhnt, das sage ich jetzt auch dazu, die wertfrei sind, die auch niemanden von vornherein sozusagen belasten. Und die erste Frage, die wir oft auslösen, ist, wie geht es dir überhaupt? Also wenn ich mich halt mit Menschen zusammensetze, dann muss ich mir die Zeit nehmen, schauen, dass das Umfeld einigermaßen passt. Wie geht es dir? Das muss ernst gemeint sein. Ich möchte wirklich wissen, wie geht es den Menschen? Das kann aber sein, dass die mir zigmal sagen, es geht ihnen gut, obwohl es nicht stimmt, weil sie halt das Vertrauen nicht haben und weil sie oftmals nicht wissen, was tue ich denn mit dieser Information denn dann? Also ich glaube, das ist ganz entscheidend, um noch einmal auf diese pädagogische Frage zurückzukommen. Was mir da wichtig wäre, ist, eine Haltung einzunehmen und gleichzeitig aber auch zu signalisieren, wie schaut das Schulumfeld aus und wie gehe ich persönlich mit dem um? Und solange die betroffenen Kinder, Jugendlichen oder auch Erwachsenen nicht wissen, wie ich das dann händle, sozusagen, dieses Thema, solange werden mir die nichts erzählen. Und deswegen muss ich denen im Vorfeld immer sagen, bei mir gibt es beispielsweise keine Schuld und keine Strafe und das ist ein ganz wesentlicher Punkt und das muss ich dann natürlich auch durchhalten. Also wenn es ganz schlimm wird, wird man das aufheben müssen, aber grundsätzlich kann ich sagen, zu 98 Prozent ist es durchzuhalten und wenn das dann die erste Frage abgehandelt ist, dann ist die zweite Frage, was ist passiert? Erzähl mir darüber. Und da höre ich nur zu, ich gebe keine Ratschläge. Ganz wichtig. Also ich lasse den Menschen und zu mir kommen halt hunderte solcher Menschen, ich lasse die einfach einmal reden, ich hole mir dir sogar die Erlaubnis ein, mir Notizen zu machen, weil alles vielleicht merke ich mir gar nicht, aber es geht nicht darum, dass ich da jetzt groß mitprotokolliere, sondern damit ich dann weiß, worauf ich dann antworten sollte. Und wenn das dann passiert ist, dann ist ganz klar, wie lösen wir das gemeinsam. Egal welches Gewaltopfer, mit dem ich zu tun gehabt habe, in 41 Polizeijahren oder in 35 Präventionsjahren, die haben alle total Angst, dass ich jetzt Schritte setze, die sie noch nicht oder gar nicht wollen. Und daher ist die Frage, wie lösen wir das gemeinsam? Ich gebe einen Ratschlag. Ich sage einmal, das wäre der gute Weg, den wir gemeinsam gehen können. Aber immer in Absprache. Und das ist natürlich manchmal nicht so einfach, weil manche wollen einfach nur geredet haben und gehen dann aber wieder. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt. Bitte, wenn die Menschen uns das erzählt haben und sie wollen nicht, dass es weitererzählt wird, dann kann aber sein, dass die morgen wiederkommen. Das heißt, ich lasse diese Menschen nicht im Stich. Das heißt, ich kriege meine Telefonnummer, meine Kontaktadressen, die können mich anrufen. Ich sage jetzt so ein ganz aktuelles Beispiel. Vor zwei Jahren hat sich eine Familie an mich gewendet. Ihre 16-jährige Tochter ist massives Mopping-Opfer in einem Internat. Sie wissen nicht mehr weiter. Nachdem sie so Angst gehabt haben, sind diese auch von weit weg zu mir noch rausgekommen. Also das gibt es auch. Ich habe mir das angehört, ich habe ihnen Tipps gegeben und das hat offenbar geholfen. Vor 14 Tagen hat mich dieses Mädchen kontaktiert, ob sie mich noch einmal kontaktieren darf, weil sie hat immens Probleme mit ihrem Freund. Da geht es um Gewalt, um Sucht und vieles andere mehr. Ich habe gesagt, ich habe jetzt den Vorteil, ihr bleibt es gehabt. Ich habe mittlerweile ein 25-köpfiges Experten-Team und was können wir für sie tun? Sie hat mir die umfassende Frage geschickt. Wir haben uns vereinbart, welchen Vornamen ich nehme, nicht ihren eigenen und jeder, der möchte, kann jetzt auf Live-Scout unter dem anonymen Namen Monika nachlesen, was das Thema war und was wir geantwortet haben. Das heißt, wichtig ist, wir bewerten nicht und wir halten uns so gut es geht, immer wird es vielleicht nicht gehen, an das, was wir gemeinsam wollen. So. Bin ich wieder fertig? und wir wären wieder bei den Fragen. Es gibt wieder eine Frage, kann ich mir vorstellen, dass es hier die größte Herausforderung für Lehrerinnen und Pädagoginnen ist, die Rollenklarheit zu bewahren? Absolut. Das kann ich absolut bejahen. Es geht auch immer um die Selbstwirksamkeit und ich denke mir, das ist ja alles, was so im Gesundheitsbereich noch eher, aber im Sozial- und Bildungsbereich ist, diese Selbstwirksamkeit sieht man oft nicht. Deswegen ist es ganz wichtig, diese Rollenklarheit und da bin ich absolut bei der Fragestellerin oder beim Fragesteller, also wenn von Haus aus eine Pädagogin, eine Pädagoge das klar macht und, würde ich aber dazu sagen, das auch mit den anderen Handeln und Personen abspricht und verlangt, also nur der Klassenvorstand, nur der Mathematikprofessor, es wird nicht reichen, das verlangt, dann bin ich überzeugt davon, dass dieser gemeinsame Zugang sehr, sehr hilfreich sein wird gegen dieses Phänomen Mobbing. Davon bin ich auch überzeugt. Sie hat dann noch dazu geschrieben, also ich als Lehrerin möchte mir auch bewusst sein, dass ich das Kind nicht retten kann und mir Hilfe holen darf. Genau, das ist ja genau eines der größten Probleme auch in unserer Zeit. Viele haben das Gefühl, und das ist verständlich, das ist absolut verständlich und zu akzeptieren, viele haben das Gefühl, ich muss jetzt ja was für das Kind tun. Ich sage es aus meiner Sicht, auch ich habe das Gefühl und ich habe immer so in mir diese Menschen vielleicht retten zu können, das gelingt aber nicht immer und daher gibt es diese Nulllinie, die ich ganz am Anfang kurz angesprochen habe. Wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, unter Anführungszeichen, egal wo immer das ist, dann setze ich mich hin und reflektiere meine Arbeit und stelle fest, okay, ich habe gut gearbeitet, aber es ist zwar jetzt vielleicht nicht so, die Summe, die ich mir vorgestellt habe, aber ich habe gut gearbeitet und dann sage ich allen, bitte schön, dann wird es ja auch selbstwirksam. Das heißt, ich nehme da den Professor Behlmann, der ist Entwicklungspsychologe an der Schiller Universität in Jena und der sagt, es ist ganz wichtig, dass man Theorie und Praxis fundiert ist, um professionell handeln und arbeiten zu können. und trotzdem gelingt es uns nicht immer und das habe ich als Polizist ja in 41 Jahren sehr häufig feststellen müssen, dass wir Menschen unter Anführungszeichen retten können. Jetzt möchte ich aber nicht und das sehe ich aber leider Gottes sehr häufig, ich möchte nicht in dieser Abhängigkeit verbleiben und sagen, ja, da habe ich versagt. Das stimmt nämlich nicht. Ich habe nicht versagt, es war schlichtweg die Situation, es war meine Ausbildung, die ich vielleicht nicht mehr hergegeben habe, es waren Zeitressourcen, es gibt da ganz viele Einflüsse, aber ich persönlich habe professionell gearbeitet und ich habe zumindest diesen Veränderungsimpuls gesetzt und damit sagen wir von der Nullinie, ich begebe mich von der Abhängigkeit auf die andere Seite der Professionalität und mit der kann ich sehr gut leben und das muss ich halt in 35 Präventionsjahren muss ich das immer wieder machen, weil ich würde mir auch vielfach wünschen, nicht nur den Schüler gerettet zu haben oder den Betroffenen, sondern auch den Mopper vielleicht retten zu können, die Lehrerin, die Eltern, da kommt vieles dazu, das geht aber nicht, das würde mich komplett, also auch von meinen Kompetenzen her überfordern und damit muss jeder fertig werden. Also ja, verstehe ich auch. Es gibt noch eine Frage und zwar machst du das ehrenamtlich oder kann man dich buchen beziehungsweise bekommst du ein Honorar? Ja, ich mache beides. Das ist eben, deswegen muss man sich das immer ausreden. Also ich leite ja das österreichische Zentrum für Kriminalprävention, so habe ich nicht gesagt. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der sich ausschließlich um Prävention in Österreich kümmert und weil wir interdisziplinär arbeiten, weil wir parteiunabhängig arbeiten, müssen wir seit 20 Jahren, also jetzt sind schon 21 Jahre, müssen wir ehrenamtlich arbeiten dort. Also dort arbeite ich seit 21 Jahren ehrenamtlich. Wir haben dann aber 2008 die erste große Veranstaltung gehabt mit der Verleihung des österreichischen Präventionspreises und weil wir als Verein nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind, damit wir als Anliebenden die Umsatzsteuer, Mehrwertsteuer verrechnen müssen, hat der Steuerberater gesagt, wir dürfen keine großen Veranstaltungen machen und daher habe ich die Plattform für Kriminalprävention gegründet, das auf der Webseite unter aktiv präventiv zu finden und da arbeite ich nicht ehrenamtlich. Das heißt, das muss man sich jetzt immer ganz genau ausrechnen, das heißt, ich kann ehrenamtlich arbeiten, ich kann als Günther Ebenschweger arbeiten ohne Umsatzsteuer und ich kann als Plattform arbeiten, das muss man sich immer dann, wie gesagt, anschauen, da fällt also auch das Honorar und natürlich die Umsatzsteuer mit an. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie ich das anbieten kann. Das Sozialtraining, weil das schon im Fokus steht, ist ein Programm, das nicht ehrenamtlich angeboten werden kann, weil das ein Programm ist, das aus Deutschland stammt. Ich habe also eine einjährige Ausbildung dazu gemacht, zum Sozialtrainer, bin leider Gottes der Einzige in Österreich und die haben natürlich, wie oftmals, eine Kostenvorgabe und die muss ja in Österreich einhalten. Okay. Es gibt noch etwas, wenn ich an meine Lehramtsausbildung zurückdenke, gab es kaum Vorlesungen, Übungen zu diesem Thema. Warum findet das kaum Einklang in pädagogische Ausbildungen? Ja, gute Frage, die kann ich aber auch rasch beantworten. Also, ich habe ja über viele Jahre auch Multiplikatoren zum Thema Medienhelden, das ist ein reines Präventionsprogramm gegen Cybermobbing ausgebildet und egal, ob das Jugendarbeiter sind, ob das Juristen sind, Lehrer, Polizisten, wie auch immer, es ist keine kognitive Ausbildung unmittelbar, sondern es hat sehr viel mit Methodenkompetenz zu tun und die muss man üben und deswegen habe ich natürlich den pädagogischen Hochschulen angeboten, das zu tun mit 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, weil sonst einfach ich die Methoden nicht wirklich gut üben kann und das muss man selbst erprobt haben und das war damals zumindest, wie es heute ist, weiß ich nicht, nicht möglich. Das heißt, die haben ja gesagt, wenn sie 40 anmeldet oder 50, muss ich mit 40 oder 50 arbeiten, habe ich gesagt, nein, das tue ich nicht, ich sage das ganz offen auch, ich lehne auch andere Anfragen oft ab, wenn die nicht verstehen wollen, dass es mir um diesen Veränderungsimpuls oder Prozess geht und daher hat es eben noch nicht oder aus vielen anderen Gründen war es jetzt noch nicht Eingang gefunden in diese Ausbildung. Es gibt noch die, also vorher war ja schon die Frage, ob du das ehrenamtlich machst oder ein Honorar bekommst und sie fragt jetzt nochmal nach, kostet jetzt wie viel bitte, gibt es die Ausbildung auch online? Nein, also derzeit gibt es diese Ausbildung, die kann man nur in Deutschland machen, ich habe zwar vorgehabt, die nach Österreich zu bringen, ist aber offenbar an den Kosten gescheitert und auch daran, dass die Entscheidungsträger nicht wirklich spüren, dass das ein wichtiges Thema ist. Das habe ich ganz am Anfang gesagt, die Dunkelziffer ist so hoch und man sieht ja kaum was in den Medien. Deswegen, man kann es nicht online machen. Wir denken aber natürlich jetzt gemeinsam darüber nach mit den Deutschen, ob wir bis zum gewissen Grad so etwas online anbieten können, aber die Präsenz ist nach wie vor das Um und Auf. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass ich meine Arbeit, so wie ich sie bisher geleistet habe, nur mit einem Grundansatz von Präsenz auch gut leisten werde können und nicht nur online. Es gibt noch eine Frage, wenn ein Kind bereits in mehreren unterschiedlichen Settings Opfer von Mobbing wurde, welche Möglichkeiten habe ich, das Kind dabei zu unterstützen, neue Strategien zu entwickeln, dass die Wahrscheinlichkeit in neuen Settings wieder zum Opfer zu werden reduziert wird. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir könnten uns einmal zusammensetzen. Also, das ist bei mir kein Problem. das Zusammensetzen ist bei mir durchaus quasi eine Beratung, kostet aber nichts. Das kam mit dem Kaffee aus, machen wir angekommen zu mir zu Hause, ich wohne da in der Nähe von Graz. Was aber auch möglich ist mittlerweile, diese Frage, ich könnte es jetzt auch so übernehmen, direkt in livescout.at zu stellen, weil ich habe 25 Experten, darunter sind auch viele Psychologen, Psychotherapeutinnen aus verschiedensten Kontexten, Berufskontexten. Ich würde diese Frage einfach dort weiterleiten und die beantworten diese Frage, ist alles kostenlos und wir stellen diese Frage dann online, anonym, wenn gewünscht. Wir können aber auch, wenn wir Namen haben, natürlich das per Mail, wir stellen es online anonym und schicken es aber per Mail direkt zu. Also das ist die Möglichkeit und ich bin überzeugt davon, dass da Leute gibt, zumindest bei den ersten 25, die sich schon gemeldet haben, dass die sagen, okay, kommt zu mir, ich kann euch da gut unterstützen. Okay? Okay, eins, zwei, keine Fragen mehr im Chat. Okay, ja gut, wir haben schon gleich vorbei. Ah ja, stimmt. Ja, die Reaktionen ist kurz. Ich habe jetzt nur zusammengefasst, was sollte man nicht tun? Erstens einmal, was ich schon gesagt habe, schlechte Ratschläge erteilen. Wichtig, ja, pädagogisch wahrnehmen und sich dann Zeit lassen, um aufmerksam zu sein. Ich sage immer, ein Heim-Oma ist sicher vielen ein Begriff, der redet ja von dieser Aufmerksamkeit, aufmerksam zu sein, aber nicht nur selbst, sondern das gesamte Team, der halt vielleicht mit dieser Gruppe, mit dieser Klasse oder wie immer arbeitet. Dann, keine Achtsamkeit gegenüber den Jugendlichen zeigen, das können wir aber ausschließen, bei denen, die heute da dabei sind. Das heißt, dass man das halt gar nicht wahrnimmt, was die sagen. Was ich auch gesagt habe, ist, dass wir keine Schuld bei jemandem suchen, das nutzt nämlich überhaupt niemanden was, sondern es geht immer darum, nach Lösungen zu suchen. Nach Lösungen und da muss man manchmal auch aushalten können, dass wir zwar der Klasse, der Gruppe, dem Einzelnen geholfen haben, aber der Mopper oder die Mopperin nicht quasi verurteilt wird. Aber auch immer wieder in Schulen, die dann sagen, ja, und der Mopper, dem passiert jetzt gar nichts, ja, ist so. Wenn wir die Gruppe so gestärkt haben, dann kann der Mopper, die Mopperin dort nicht mehr aktiv werden, wenn die Professorin der Lehrer oder der Schulsozialarbeiter mitmacht. Das heißt, wir suchen keine Schuld bei jemandem. Aktives Zuhören ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man halt Themen nicht ernst genug nimmt, das sollte man also alles nicht tun. Was sollte man aber jetzt tun? Da sind wir schon ziemlich am Ende. Aufmerksamkeit, aufmerksam zuhören, das heißt, sich Zeit nehmen. Das höre ich immer wieder, ja, Zeit ist eigentlich die Ressource, die wir nicht haben. Aber genau um das geht es. Da muss ich mir halt vielleicht vorher oder nachher manchmal Zeit nehmen, dem Kind, dem Jugendlichen, der Mama oder Papa mal diese Zeit schenken, dann eventuell diese drei Fragen zu stellen, um nicht bewertend zu werden. Was mir auch immer ganz wichtig ist, Trost und Entlastung zu geben. Das mache ich natürlich, auch wenn es manchmal länger dauert, dass man Themen wie Mopping und Gewalt anspricht. Da wäre ich wieder bei der Pädagogin, die sagt, ja, meine Haltung ist diese und da spreche ich auch an und arbeite in diese Richtung. Zeit nehmen, habe ich schon gesagt. Und was ganz wichtig ist für mich, dass man einfach sich interessiert und neugierig zeigt. Also das fehlt mir manches Mal tatsächlich sehr stark. Was haben wir noch? Dass man interagiert. Ich weiß, das ist oft schwieriger als wie passiv zu sein, weil man ja nie weiß, wenn man interagiert, was wird das Endprodukt sein? Kommt da was raus, mit dem ich dann vielleicht nicht gerechnet habe oder das ich gar nicht wollte? Entscheidend ist für mich auch immer Kontakt zu halten. Das habe ich als Polizist immer gemacht. Wenn Leute zu mir gekommen sind und das waren vorwiegend Frauen im Kontext häuslich oder Partnergewalt, die haben sich eben ausreden müssen. Dann haben sie mir die Geschichte erzählt und dann sind sie wieder gegangen. Die haben nicht den Mut gehabt, heute eine Anzeige zu machen, vielleicht noch einen Therapeuten aufzusuchen. Und wichtig ist, dann nicht herzugehen und zu sagen, okay, ich habe eigentlich ja mein Angebot gemacht und der hat es nicht angenommen. Nein, es braucht ganz viel Mut und Überwindung und Vertrauen, um über solche Gewaltformen zu reden und deswegen war mein Zugang und das ist auch heute immer noch, wenn sie morgen wieder zu mir kommen wollen, dann dürfen sie auch morgen zu mir kommen. Schuldzuweisungen haben wir schon angesprochen, Netzwerke und Kooperationen schaffen fehlt mir manches Mal in vielen Kontexten, das wäre sehr hilfreich, wenn wir uns da manches Mal besser vernetzen würden, aber damit meine auch schulintern. Also, dass man jetzt als Einzelkämpfer herumrennt und versucht, sozusagen das zu lösen, sondern sich ein Netzwerk aufbaut, um stärker zu sein oder auch professionelle Unterstützung zu suchen, damit haben viele ein Problem, weil sie Sorge haben, wenn das von außen kommt, dann wird das eventuell öffentlich, dann beginnt eventuell eine Kampagne gegen die Organisation, wie auch immer, deswegen wird oftmals professionelle Unterstützung ausgelassen und natürlich gemeinsam Lösungen gemacht. Ja, und das wäre noch gewesen, Sozialtraining ganz kurz erklärt, wenn ich das noch darf, geht sich das zeitlich noch aus? Hallo? Ja, jetzt bin ich wieder offen und zwar, wenn es für die anderen okay ist, dass wir noch ganz kurz das Sozialtraining machen, natürlich, wir haben noch Zeit. Ja, ich mache es kurz, das heißt, es dauert zwei Tage, ich komme hin, ich arbeite immer mit einer Klasse oder mit einer Gruppe, das können Lehrlinge genauso sein wie Flüchtlinge, der Anfang ist immer Beziehungsaufbau, ich glaube, da sage ich nichts Neues, das muss sitzen, der Beziehungsaufbau muss sitzen, da gibt es keine Biografiearbeit, dann ist der nächste Schritt, ist Zustandsanalyse der Gruppe, das heißt, meine Frage lautet, und da geht es ganz für Menschenrechte und Meinungsfreiheit, was stört mich in dieser Gruppe, in dieser Klasse? Das schreiben alle auf ein Kärtchen und das müssen sie dann auch vorlesen, das heißt, ohne Namen zu nennen, das ist ganz wichtig, weil das tun die wenigsten, sie wollen in dieser Gruppe nicht öffentlich irgendwas sagen, aber einer fängt im Grunde genommen an, gibt es verschiedenste Möglichkeiten und dann wird das alles visualisiert, alle Störungen in dieser Gruppe werden visualisiert, sie werden weder diskutiert, sie werden auch nicht jetzt irgendwie angegangen oder aufgelöst, sondern es bleibt einfach so drauf stehen. Das ist einmal ganz wichtig, dass wir ein Gefühl kriegen, die mit den Gruppen arbeiten, aktuell waren es halt zum Beispiel an den polytechnischen Schulen, da ist es in der einen Klasse möglicherweise der Rassismus, ganz massiv in einer anderen Klasse ist es mehr ein bisschen in Richtung Extremismus, Religion, Koran, wie auch immer, dazu muss ich halt sagen, ich habe näher salafistischer Islamismus studiert an der Donau Universität Krems und interreligiöser Dialog und habe eine Trainerausbildung zum Thema Islamismusprävention und Rechtsextremismusprävention, also da bringe ich natürlich schon einiges mit ein, also da gibt es verschiedenste Bereiche. Wenn wir das abgeschlossen haben, dann gibt es Spiele, wie zum Beispiel das Telefonleitungsspiel, wo sie alle die Hand geben müssen, total schön zu sehen, dass es Gruppen gibt, da gibt man sich die Hand, manche, die wollen sich nicht die Hand geben, also das gehört aber dazu, dann ist ein wesentlicher Punkt, die jungen Leute schreiben einen Lobbrief und zwar im Vorfeld habe ich über Menschenrechte gesprochen, was ist das alles, für mich immer erschütternd, dass ja die wenigsten überhaupt davon Bescheid wissen, was Menschenrechte sind, Demokratie und vieles andere mehr, einen Lobbrief während der Klasse die Menschenrechte aus ihrer Sicht am besten einhält, mit Namen. Jetzt kriege ich heraus, wer denn die Stützen dieser Klassen sind oder dieser Gruppen sind. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut und dann ist der erste Tag, das sind so vier bis fünf, manchmal sind es so sechs Stunden, das hängt von der Größe und von der Interaktionsbereitschaft ab, stelle ich eben dann die Frage ganz zum Schluss, an welchen jugendlichen Schüler gilt aber auch für die Erwachsenen, wären in dieser Gruppe die meisten Menschenrechte verletzt. Anonym, eigene Sitzordnung, Kärtchen kriegt niemand außer mir in die Hand und jetzt kann ich erkennen, gibt es sowas wie Mobbing in der Klasse, zumeist ja, ganz massiv, zumeist nein oder manches Mal auch nein, gibt es auch immer wieder, dass halt nur, dass sich das aufteilt und wir sagen, wenn jemand aus einer Gruppe nicht mindestens 50% Zuspruch hält, dann kann man von keinem massiven Mobbing ausgehen, man kann aber trotzdem eine systemische Intervention machen, die kommt dann am nächsten Tag, dazwischen gibt es ein Reflexionsgespräch mit den beteiligten Erwachsenen, also Lehrer, Schulsozialarbeiter, wie auch immer und am nächsten Tag gibt es dann die systemische Intervention, das heißt, man muss immer davon ausgehen, die Gruppe weiß ganz genau, was in der Gruppe passiert, nur wir wissen es nicht und jetzt frage ich sie, okay, ich habe es gestern netterweise, ehrlicherweise, mutigerweise diesen Namen oder auch diese Namen auf das Kärtchen geschrieben und jetzt möchte ich für euch ehrlich wissen, was passiert ganz konkret und dann schreibe ich alles, was die mir sagen auf ein bis zwei Flipcharts, das ist erschütternd, was diese Menschen oft aushalten müssen, oft vier Jahre lang, manches Mal ein halbes Jahr lang, wie auch immer, da gibt es ganz viel Tränen, da braucht man auch Exit-Strategien, habe ich auch schon mal gehabt, also ich bin immer froh, wenn Sozialarbeiter, Schulsozialarbeiter dabei sind, natürlich die Pädagogin und dann gibt es natürlich wieder Spiele und ganz zum Schluss gibt es die Frage, was würde ich mir wünschen, das ist wieder eine Frage an einen Schüler, an eine Schülerin, die kann man meistens nicht fertig bearbeiten, das kriegt dann die Lehrerin oder Klassenvorstand von mir diese Kärtchen, aber was wichtig ist nach dieser Intervention, wenn es diesen Mopping-Fall gibt, werden Bades gesucht, die finden wir auch immer gefunden, die diesen jungen Menschen jetzt stützen, damit dieses Machtungleichgewicht nicht gleich wieder auftritt und wir installieren Anwälte der Menschenrechte, nennen wir das, das ist eben ein System, das ziemlich das gleich stark sein muss wie eine Mopping-Gruppe, die gar nichts tun muss, außer die Räume beobachten, wo eben Pädagogen oder Sozialarbeiter oder wo auch immer nicht wirklich Zugang haben und wenn sie die Professorin mit Sozialarbeit alle 14 Tage oder drei Wochen mit denen zusammensetzt, dann kann sie nachvollziehen, was verändert sich in der Klasse und bisher habe ich Gott sei Dank das nie gehabt, dass die Klasse, das wäre durchaus denkbar, wieder in diesen Mopping-Modus zurückgefallen ist. Das ist jetzt so in aller Kürze Sozialtraining erklärt. Klingt so interessant, dass man wissen will, wo man diese Sozialtrainer-Ausbildung in Deutschland denn macht. Man braucht nur unter konfliktkultur.de nennt sich das eingeben. Ist aber für das heurige Jahr ausgesetzt, weil es dort genauso Corona gibt. Ja, es kostet glaube ich, also die Ausbildung kostet um die 900 Euro. Wenn man halt dazu rechnet, man muss fünfmal zwei oder drei Tage mit Praxisteil nach Deutschland fliegen, Aufenthalt, man liegt dann so zwischen drei und fünftausend Euro, je nachdem, wo man sich halt einmietet oder was gerade die Fluggebühren sind oder so wie immer. Okay, Dankeschön. Ja, und jetzt ganz zum Schluss habe ich noch meine Kontaktdaten da aufgelistet, bitte schön, gilt für alle auch. Wer immer Lust und Liebe hat unter Anführungszeichen oder Bedarf hat, einfach bei mir via E-Mail-Schein anrufen, ich rufe auf alle Fälle zurück. Ich bin aber auch auf diesen Plattformen, also ja, also als Ermutigung auch, das eine oder andere vielleicht einmal zu probieren oder einen neuen Schritt zu wagen, wo es vielleicht notwendig ist. Ja, Dankeschön. Eine letzte Frage gäbe es noch im Chat und zwar, ganz kurz, was würdest du anstatt Täter, Täterin als Formulierung verwenden, weil ja häufig die Menschen von den, also die Täter häufig Menschen, warte, ich muss das so vorlesen, jetzt bitte es immer mehr, dass ich es noch lesen kann, ja, weil sie eigentlich die Menschen gerne haben, ja, und geliebt werden. Das Gleiche ist ja in der Familie bei der Häuslichen, Gewalt als Täter oder soll man Täter verwenden? Also, ich verwende das Wort gar nicht, weil es rein strafrechtlich gesehen ist man erst Täter, wenn man strafrechtlich verurteilt ist, vorher ist man ja Beschuldigter überhaupt. Also, ich sage halt immer Mopperinnen und Mopper in dem Kontext. Okay. Also, ja, das Wort Täter verwende ich gar nicht. Außerdem sage ich immer wieder, das führt natürlich gleich dazu, dass man gleich so ein bisschen ein Monster konstruiert, wobei ja tatsächlich da, also auch die Täter oder Täterinnen in der Anführungszeichen ja auch ganz viel Hilfe und Unterstützung brauchen würden. Wenn wir uns dazu bekennen würden, dass auch die Unterstützung brauchen, dass wir die nicht gleich schuldig sprechen, sozusagen, dann würde man ja auch gesellschaftlich um einiges weiter sein, als wie wir jetzt sind. Ja, danke sehr. Danke sehr, Günther. Es war wirklich sehr, sehr, sehr spannende zwei Stunden, die wir da jetzt mit dir verbracht haben. Wir haben voll viel, also viel gelernt und viel gehört. Und danke auch noch einmal für deine ganzen Kontaktgeschichten und dass man sich auch zu dir dann wieder sich noch wenden darf, wenn Fragen vorhanden sind oder wenn man konkrete Fälle hat, kann man das ja auch dann wirklich in diesen Slipescout stellen. Das finde ich auch super. Ja, unbedingt. Also ein bisschen noch einmal, nur abschließend, wenn jemand Interesse hat, wenn da jetzt jemand dabei ist, der sagt, ich bin auch gern bereit, weil es ist halt ein kostenloses Angebot und die 25 haben sich einfach ehrenamtlich bereit erklärt, einfach ohne Stress hier mitzuhelfen aus einer gesamten Sicht, das zu beantworten. Also wenn es jemanden gibt, der sagt, ich bin gern bereit, da mitzuhelfen, schreibt mir mir eine E-Mail oder wenn es Fragen gibt, kann man die direkt mir stellen oder man kann sagen, in Livescout anonym, wenn gewünscht, eingeben, ich schicke sie immer an das Team weiter und wir beantworten das dann. Super, Dankeschön. Wie gesagt, auch danke an alle, die dabei waren, wenn ihr Teilnahmebestätigungen braucht, schreibt das noch in den Chat rein und ja, Dankeschön, wie gesagt, einen wunderschönen Tag noch und ja, mir gibt es nicht zu sagen, ich freue mich schon auf morgen. Danke. So, morgen, bitte, morgen. Morgen, was werde ich morgen? Morgen werde ich viele Sachen machen. Okay. Wie zum Beispiel um 10 Uhr wieder zum Zoom-Talk zu kommen, weil morgen ist Mimikama dabei, also morgen haben wir Mimikama und da geht es um Fake News, wie erkenne ich Fake News, Hoax und so weiter, Verschwörungstheorien und Methoden und natürlich mit ganz viel Diskussion. Das werde ich morgen machen, Günther. Ja, ich sage euch beiden danke fürs fürs Unterstützen, allen Teilnehmern alles Gute und ich hoffe, wir hören oder sehen uns wieder in nächster Zeit. Definitiv. Dankeschön. Dankeschön.